Herzlich Willkommen zum Hack the Planet Podcast mit Daniel Kirstenfahrt vom Schrankmonsterblog und mit Andreas Heil vom Hack the Planet Blog. Heute live auf Twitch. Heute live, das ist das erste Mal. Wir können darüber sprechen, bei dem haben wir noch ein paar Möglichkeiten. Krass, pünktlich. Pünktlich zum Anfang. Pünktlich zum Anfang, du musst nochmal anfangen. Pünktlich zum Anfang hat es so gekracht und geknallt. Du hast bestimmt ein Fenster geschoben oder sowas. Nee, nicht wirklich, oder? Ich weiß nicht, was da hier kriege ich wieder gesagt. Ja, es hat ausgesetzt. Jedenfalls bei mir. Ich weiß nicht, wie es dem Stream geht. Doch, doch, die haben... Also spannenderweise höre ich das... Ich verstehe das nicht. Also wir lassen das jetzt drin, das wird auch nicht geschnitten. Heute mit, heute mit, was gibt es heute? Heute mit, genau. Neuigkeiten, natürlich wie immer. Und dem digitalen Alltag als Experiment. Tageslicht und Schreibtischbau. Und Daniels Arcade-Automaten. Der wahrscheinlich fertig ist. Ja, so ist das. Und der Podcast verfolgt hat. Genau. Genau. Neuigkeiten. Was gibt es bei dir Neues? Du hast jetzt gerade eben schon in Vorbesprechungen erzählt, dass du unglaublich viel an deinem Setup gearbeitet hast. Und zumindest die Ausstörung ist für dich viel besser geworden. Ja, ich habe inzwischen so ein quasi doppeltes Setup hier laufen. Also einmal für das Streaming, einmal für den Podcast. Habe das inzwischen auch auf zwei Rechnern am Laufen und verwende inzwischen das Rea-Stream, um das zwischen den beiden Rechnern in das OBS-Studio reinzubekommen. Habe für den Podcast jetzt wieder das Headset, was uns damals ja angeschafft hatten. Bin inzwischen auch mit Kabeln komplett ausgerüstet und ja, also es wird. Ich hatte ja auch gerade gesagt, das nächste Mal will ich das Setup, was ich heute Morgen aufgebaut hatte, nochmal mit dem Mac probieren, weil wir haben ja jetzt inzwischen beide festgestellt, mit Windows haben wir mit dem Reaper ein bisschen Probleme. Was wahrscheinlich auch ein bisschen an den Audiotreibern liegt. Ich glaube ja, die Audiotreiber sind, glaube ich, da der Schuldige. Ich meine, wir benutzen ja zwei Audiotreiber, oder? Habe ich das richtig verstanden? Du hast ja da irgendwie diesen Audiotreiber vom Hardware-Hersteller und dann hast du da nochmal so einen ASIO-irgendwas-for-all, irgendwie so einen Interface-Treiber. Genau, ich habe den ASIO installiert. Der ist eben für das Behringer Xenix-Interface notwendig, dass es erkannt wird. Und der ist wirklich so ein bisschen fummelig beim Einstellen, wie es dann geht. Der wird auch, also insbesondere beim Reaper nicht immer gleich erkannt. Ich muss das Gerät dann neu starten. Ich hatte vorhin auch einmal den Aussetzer, da war einfach das Gerät weg. Und dann mit einem Neustart war das erstmal behoben. Das hat dann eigentlich geklappt. Manche Dinge ändern sich nie. Ja. Was gibt es sonst noch Neues? Wir haben ja auch schon wieder ein bisschen Zeit dazwischen gehabt. In der letzten Folge hatten wir ja über Keyboards gesprochen. Genau, ja. Und da hat der Philipp uns tatsächlich Platinen übrig und hat so Korne-Keyboards geschickt. Platinen dafür. Genau, die hatte ich auch im Stream einmal gezeigt. Also ich habe total Lust, da jetzt was zusammenzubauen. Wenn, dann müssen wir zusammen bestellen. Ich habe nämlich das große Problem, dass ich kein Gehäuse dafür kriege. Okay, ja. Also ich habe jetzt schon ganz viel geguckt. Da gibt es so selbst gedruckte Gehäuse. Aber selbst gedruckte Gehäuse, ne? Ja, steht ja noch auf meinem Plan der 3D-Drucker, ne? Um quasi alles zu reparieren, was die Kinder kaputt machen. Das muss immer ein großer 3D-Drucker werden, damit er da alles repariert kriegt. Ja, das Schlimmes, die machen hauptsächlich die kleinen Dinger kaputt. Ja, mir geht es so, ich finde den Gedanken, so ein 3D-Drucker zu haben, auch total toll. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Erwartungsaufwand von dem Ding größer ist wie der Nutzen. Ja, und die Zeit, die du halt brauchst zum Drucken, ne? Ich habe immer so ein bisschen Bammel, die Sachen über Nacht laufen zu lassen. Aber wir hatten ja in der Folge, wo wir es erst mal, das ist ja schon ein Jahr her, ne? Also vor Weihnachten war das, wo wir gesagt haben, End-of-Year-Projects. Da war ja der, na, sag mir was, ich hatte ja den Brusa erzählt, diesen Brusa Mini. Und ich glaube, das ist tatsächlich aktuell der, der am besten funktioniert. Von denen, die jetzt sozusagen so auftragen, weil ich liebe Eugl ja mit so Belichtung, also so Harz und da ist ein LCD-Display drin. Das belichtet dann sozusagen von unten und du ziehst das, was du druckst, sozusagen so nach oben raus aus der Flüssigkeit. Aber da ist der Erwartungsaufwand ja nochmal ein ganz anderer Planet. Und genau. Ja, wie gesagt, zurück zum Keyboard. Ich habe jetzt mal Teile gesucht und da ging es dann schon wieder los, was nehme ich denn für Schalter, was nehme ich denn für Schalter. Schalter sind nicht so das Problem, die LEDs sind nicht das Problem, die einzelnen Chips sind alle nicht das Problem, das kriegt man alles bei. Das größte Problem, was ich sehe, ist tatsächlich das Gehäuse dafür. Einfach nur auf ein Stück, auf ein Brett drauf, das ist irgendwie, das ist dann zwar das sprichwörtliche Hackbrett, aber ja, ich weiß nicht, was würdest du da für ein Keyboard nehmen oder für ein Gehäuse? Also ich bin ja immer noch von meinem hier angetan, was in diesem Alu-Ding drin ist. Und jetzt kann ich ja kein Alu fräsen, wobei mein Nachbar ist Metaller, den könnte ich fragen. Dann würde ich sagen, hier ist ein Block Alu, fräst mal raus, wenn dem langweilig ist auf Arbeit. Aber so ein Gehäuse, was ich aktuell habe, also entweder aus Holz rausfräsen mit so einer Oberfräse oder mit einer CNC-Maschine oder halt tatsächlich aus Kunststoff. Das ist ja quasi nur so eine Schale, die unten drunter liegt, wo dann die Platine drin ist. Ja, ja, es gibt so verschiedene, genau, es gibt so verschiedene, für dieses Korne, da gibt es tatsächlich eins, wo die Platine sozusagen gesandwiched ist. Und du hast dann oben drauf, hast du so Plexiglas oder hast du so eine Platine, die es hält und dann hast du unten drunter nochmal. Ja, also wie gesagt, bei dem GK hier, was ich habe, da liegt halt die Platine dann direkt drin. Oder mehr oder weniger, doch, die Platine liegt da direkt drauf, da stecken dann die Stecker drauf. Da ist eigentlich oben drauf gar nichts mehr. Ja, so ein Ding hätte ich gern, so ein Gehäuse. Genau, ich bekomme hier gerade kurz die, so, ich bekomme jetzt gerade die kleine Tochter gereicht. Sehr gut. Also, du siehst es jetzt gerade nicht, aber jeder, der zuguckt, bekommt das gerade mit. Ich habe halt ein Headset auf, ein Erdungskabel und Kabel und kleine Kinder, das ist halt. Jetzt musst du nur noch sagen, wir sind die Borg und dann ist sie fertig. Wir sind die Borg. Guck, ja, sie winkt. Ich habe sie gestern beigebracht, in den Monitor zu winken und sie hat gerade automatisch gewunken. So, das ist. Das ist gut. Und ihr gefällt es. Ich hatte ja gestern gesagt, sie wird mal Schauspielerin oder Nachrichtensprecherin. Die hat gerade Spaß. Und jetzt hast du das Mikro weg. So, jetzt bin ich wieder da. Genau, jetzt muss ich hier wieder das andere Mikro umstellen. Oh mein Gott, ist das ein Stress. Die, keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe, die Mutmaßung ist, deine Tochter hat einfach sich das Mikro gekrallt, nachdem du so energisch darauf hingedeutet hast, dass sie Nachrichtensprecherin wird. Da hat sie dann direkt versucht, die neuesten Neuigkeiten einzusprechen. Direkt angefangen, ne? Also ich schaue mal. Doch, die hören wieder was. Also der Chat müsste wieder was hören. Also, na, das mit hin- und herschalten klappt jetzt auch. Also alles im Griff. Super. Genau, da kann ich ja wieder die Kamera wegmachen. Beziehungsweise ich kann dich als Kamera im Bildschirm wieder rausziehen. So kann ja jeder bei sich gucken. Genau. Also. Genau, und wenn das alles geht, machen wir dann das nächste Mal noch die Kamera dazu. Dann haben wir alles im Griff. Jawohl. Also, medientechnisch, also wir könnten ein Medienlabor inzwischen aufmachen. Ja. Mich hat jetzt, ja, noch eine Neuigkeit, mich hat noch die Tage jemand kontaktiert. Ich weiß nicht, hast du bestimmt schon meinen YouTube-Channel mit den Vorlesungen abonniert, oder? Ja. Ja, wir haben jetzt die 100 Subscriber geknackt. Also, das heißt, ich habe jetzt auch endlich so ein youtube.com slash c slash Andreas Heil URL und dann hat mich jemand kontaktiert und der, verrate ich mal den Namen noch nicht, und dann hat er gemeint, ob ich nicht mal bei ihm dann im Video quasi für eine halbe Stunde interviewt werden will, weil er hat noch nie einen Professor gesehen, der so hochwertige YouTube-Videos erstellt. Also, irgendwie wird Professor immer mit ... Ja, das ist ja komisch. ... was gleichgesetzt, ne? Alt. Aber einen Bart hast du. Ja, den habe ich mir extra ... So weit passt. ... extra wachsen lassen, genau. Ja, aber das ist ja ... Ich kann das schon verstehen, dass es da so Vorurteile gibt, wenn man an Professor denkt, dann denkt man jetzt wahrscheinlich eher doch an ältere Semester, im wahrsten Sinne des Wortes, als jemanden, der jetzt hier anfängt, die Technik zu machen. Auf der anderen Seite, ja, wann, wenn nicht jetzt, also das ist ja eh schon, also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber Zeitwurz, oder? Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Ne, aber das, also mit den, mit den Professoren ist halt, jetzt wechseln die halt auch gerade durch, ne? Jetzt kommt quasi meine Generation, wo wir dann nochmal so die nächsten 20 Jahre, ähm, ja, Vorlesungen machen. Und, äh, wir sind halt auch eine andere Generation, die jetzt mit der Technik aufgewachsen ist, ne? Also ich glaube, ich habe von, mit den einigen zwei Jüngeren, die auch dabei sind, mich mit der kompletten Medienumstellung, mit dem Digitalsemester, ähm, am, am wenigsten schwer getan, ne? Also, ähm, viele haben noch, was weiß ich, weil sie verwenden das interne Mikrofon vom Laptop oder so. Oje. Und, und ich habe jetzt inzwischen hier, ich habe es letztes Mal gepostet, ich habe, ähm, eins, zwei, drei, vier Headsets hier inzwischen, ne? Zwei Tischmikrofone, das erste ist ja schon ausgemustert, was wir am Anfang verwendet hatten. Und, ähm, habe jetzt einer Kollegin auch gerade welche empfohlen, da war jetzt wieder eins dabei, wo ich gesagt habe, oh, das würde ich auch gerne mal probieren, ja? Oder 170 Euro rauswerfen, nur ein Mikrofon zu probieren, ist ja, ähm, nochmal so eine komplett andere Nummer, ne? Ähm, ich hatte ja einfach nur Schwein, dass ich mir den, das Laptop gekauft hatte vor zwei Jahren, mit der Grafikkarte, und das lag ja das erste Dreivierteljahr nur rum, ne? Und, dass ich das wirklich so intensiv dann, dann plötzlich, ähm, medienproduzierender wirst. Ja, ja, ja. Also, ne, also der rechnet auch für die Videos, ne? Also, sieht sich abends da, schneiden, rechnen, etc. Das ist schon, schon eine Nummer, ähm, was da läuft. Ich habe mal, ich habe mal, also weil du sagst hier, Professoren streamen oder so, es gibt ja schon seit langem, 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 gibt es ja schon, dass Vorlesungen gestreamt werden. Ich habe jetzt mal die, also ich meine aus meiner eigenen ehemaligen Universität, äh, T. Wilmenau, da gibt es die Forschungsgemeinschaft Elektronische Medien und die streamen ja auch üblicherweise schon seit ewig. Also, ewig heißt hier, also wirklich ewig. Ich gucke mal, von wann das ist. Das muss ja, 2006. Ewig. Und das sind halt Vorlesungen, da hat der Professor halt nichts gemacht. Der hat sich halt vorne hingestellt, ne? Und hat in der Vorlesung, ähm, in der Vorlesung einfach sich es aufzeichnen lassen. Ja, ja. Aber das, wie gesagt, seit 2006 und früher gibt es da Aufzeichnungen von Vorlesungen da drin. Und das ist schon tatsächlich, äh, nicht so, also 2006 bis heute, ne? Wurde Zeit, 2000. Also, mit den, ähm, mit ein paar von, ähm, von deinem Verein hatte ich auch da nochmal gesprochen gehabt. Die hatten ja am Anfang, äh, also dieses Emergency Remote Teaching, der losging, hatten wir ja so massiv das Problem, dass wir keine Videos nirgends hochladen konnten. Ja. Also, die Hochschuls-Server sind ja alle quasi hinten, hinten rausgefallen und, ähm, die haben ja am Anfang auch geholfen. Also, die haben gesagt, ja, sie können auch was aufsetzen und Speicher, etc. Und, ähm, aber ich habe dann auch, äh, ein paar richtig gute Tipps bekommen, ne? Also, einfach so Kleinigkeiten wie, naja, rendere halt einfach die FPS runter, ne? Also, gerade bei so einem Vorlesungsvideo, dass er eh jetzt nur in 720p aufgenommen ist. Ja. Mach halt keine 30 FPS, dann rendere es halt runter auf 25, das tut jetzt nicht weh, wenn du eh nur Slides und vielleicht ein kleines Video siehst. Und das hat dann, hat dann richtig gut geklappt, ne? Also, das, ähm, da konnte ich alles dann plötzlich auf 300 MB runterrendern, die konnte ich dann bei uns hochladen. Dann, ähm, da habe ich ein paar Sachen auf YouTube aufgestellt, na, obwohl was, äh, es ist Gedulde, glaube ich, ne? Also, auf meinem privaten Kanal halt, da sind keine öffentlichen Vorlesungen, wo die Studenten drin sind. Ich habe eine dann da bereitgestellt, aber da bin ja nur ich drauf, da sind keine Studentenfragen drauf. Das ist wegen Datenschutz halt in Deutschland auch mal besonders. Du kannst halt da nicht alles hochladen. Ja, das ist dann aber doch schon tatsächlich immer krass, ne? Das ist in Deutschland dann halt direkt. Also, was man da beachten muss und welche, welche Implikationen es da gibt, das finde ich schon krass. Es macht ja alles Sinn, ne? Also, zum Beispiel, wenn, das ist ein Thema, ne? Recht am eigenen Bild, etc. Und wenn du eben Studenten in der Vorlesung hast, die Fragen stellen, ähm, die möchten halt nicht unbedingt, dass es auf der, äh, auf YouTube landet, ihre Fragen, ne? Und deswegen hatte ich übrigens auch gesagt hier, ich hätte ja gerne so ein Lavalier-Mikrofon, wenn ich dann was aus der Vorles, aus dem Vorlesensraum streame, also nicht so eine Konferenz bin, das ist dann so ein Headset, mit dem ich dann Aufnahmen machen kann, dass man die Fragen nicht hört. Und, ähm, die sind alle relativ teuer, also ab 300 Euro kriegst du was Brauchbares. Und dann hat die Hochschule tatsächlich, äh, oder hat unsere Fakultät gesagt, wir haben sogar eins, das wird nur nicht verwendet, ne? Und dann habe ich mir das mal ausgeliehen und die Woche getestet. Ist so ein, wie heißt die Firma, Schure? Schure? Schure, ja. Schure, ne? Ähm, absolut hochwertiges Teil, das gibt es nicht mehr zu kaufen, wird aber bei Ebay immer noch um die 300 Euro gehandelt, also refurbished. Und, äh, super Sprachqualität. Ich habe das dann hier in Main, dieses Xenics, dann das Kleine. Ähm. Ja, das MX-185 oder WL-184? R10 heißt diese Kombination, das sind Funksendeempfänger, also gerade für Vorlesungen oder so, solche Dinge. Ähm. Da muss ich mal Werbung machen für Thoman. Ja, wobei wir bestellen, äh, bei MusicStore, die schicken uns die besseren Angebote. Ah. Also. Okay. Ähm, und ich bin dann auch mal auf die Webseite und die meisten Artikel findest du da so einen Tick günstiger als bei Thoman, jetzt ohne Werbung hier zu machen. MusicStore, so beschrieben. MusicStore.de. MusicStore.de. Genau, da bestellen wir. Ich bin immer noch nicht auf dem Server drauf übrigens, weil ich diese, du musst C-Software bei mir nicht mehr finde. Was? Ich glaube, ich habe die, jetzt kam es mir gerade, ähm, ich habe die Portable installiert. Mhm. Das heißt, die liegt in deinem Download-Ordner. Die liegt mein, nicht im Download-Ordner, aber die liegt irgendwo wahrscheinlich rum. Oh, okay. Ja, aber zum Thema selber bauen und, und, und Gehäuse jetzt nochmal zurück zur Tastatur. Tatsächlich dieses Gehäuse, das ist die größte Challenge, die ich sehe. Ich habe da eins gefunden, das ich total toll finde vom Aussehen her. Das ist aber auch aus Aluminium und deswegen sehr schwer. Okay. Ähm, und dieses, ähm, ja, es gibt es halt nicht mehr. Die sind überall ausverkauft. Die Zeit von diesen Corner-Keyboards, das scheint mal immer so eine Hochphase gegeben zu haben, aber es gibt es jo nicht mehr. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auf 3D gedruckt zurückgreifen. Und 3D gedruckt, ja, 3D gedruckt ist halt dann, ist halt dann nicht ganz so schön. Also, muss ich mal gucken. Ja, setzen Sie fort. So, genau. Aber dann nochmal vielen Dank an den Philipp für das, für das Keyboard. Ja, genau. Nachdem ich jetzt alle meine anderen Projekte sozusagen beendet habe, kommen die kommen mir nachher noch zu, werde ich da mich auch mal drum kümmern. Aber da könnten wir ja auch theoretisch Massenbestellungen, Sammelbestellungen für uns beide machen. Die, die, äh, die Zeit möchte ich ja gern haben, ne? Also, das, also, so sehr ich die Kinder genieße, mir geht es momentan ein bisschen ab, dass ich keine Zeit habe, das ganze Zeug zu bauen und zu programmieren. Ähm, aber, naja, kommt auch irgendwann wieder. Mhm. Oder sowas, ne? So, selbstfräsen. Ja. Könnte man ja auch machen, ne? Also, die, ich denke mal, so ein Metalleinsatz, den kann, wenn ich da die Pläne habe, kann mein Nachbar sowas durchaus, ähm, zusammenfräsen. Ja, die Pläne dafür gibt's, also, so ist das nicht. Die Sachen sind, ich meine, das gibt's jetzt hier auch, äh, wenn man das kauft, dieses gefräste Ding kostet in Schichten irgendwie 300, äh, günstige 374 Dollar. Boah. Ja. Da ist halt jedes gekaufte Keyboard dagegen. Ja, ich hatte tatsächlich jetzt, äh, mir ist eins kaputt gegangen. Okay. Das sind die, das ist, das sind festgelötete, äh, 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 MX Blues drauf. Mhm. Und, äh, mir ist ein sehr günstiges Das Keyboard auf Ebay zugelaufen für 30, 32 Euro. Und da hab ich dann das eine durch das andere ersetzt erst mal, weil das die günstigere Lösung war. Für 32 Euro krieg ich nach aktuellem Kenntnisstand nicht die Teile zusammen für das Korne Keyboard. Also, da bist du schon, ich hab mal so ein bisschen rumgerechnet. Ich denk mal, wenn du eins bauen willst, ähm, ohne Gehäuse oder mit dem einfachsten Gehäuse nur, bist du schon so bei so 150 Euro. Mhm. Das ist schon, das ist schon ein teures Hobby an der Stelle. Ja, das ist schlimm, also, da hat er was angerichtet, der Philipp, ne? Mhm. Also, wenn er dann das anhört oder, oder zuhört, ähm, ja, ja, nicht gut. Ja, ansonsten, was hab ich noch gemacht? Ich hab, ähm, äh, Server umgezogen. Du hast ja, hast ja hoffentlich nicht gemerkt, ähm, ich hab den, 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 den Server, der unsere, unser, erst mal mein Blog, dann den, das CDN, wo die ganzen Audiodateien liegen, betreibt, ähm, den hab ich getauscht gegen einen, der ist eigentlich derselbe, hat eine langsamere CPU. Es fällt nicht auf, ne? Bei den Dingen, es ist einfach egal, ob da jetzt acht, äh, zwei Gigahertz Kerne oder acht, zweieinhalb Gigahertz Kerne drin sind, ist ja egal, aber der hat, äh, eine SSD. Okay. Und jetzt fragst du, warum ist das wichtig? Ich betreibe einen, äh, Overpass-Server für mehrere meiner Apps, und was ist jetzt Overpass? Overpass ist eine, also, jeder kennt OpenStreetMap, nehme ich an. Und OpenStreetMap als, als, als Webseite, OpenStreetMap.org, genau, ähm, ist einfach nur, ja, eine Karte der Welt, wo man als Teilnehmer, also kann man einfach als Nutzer daran teilnehmen und kann eigene Sachen eintragen und, und eigene Sachen tun und machen. Und ich verwende das tatsächlich auch, um da Abfragen drauf zu fahren, Abfragen drauf zu machen. Und dafür ist die Overpass-API da. Ähm, stell dir das einfach so vor, ähm, Overpass-Turbo ist so ein User-Interface, was man nutzen kann. Stell dir das einfach so vor, dass das sämtliche Datenbestände, die in OpenStreetMap drin sind, nimmt, das in eine durchsuchbare Form bringt, einen Index drüber fährt und dann dir erlaubt, Anfragen drauf zu stellen. Ja, also du kannst den beliebigen, äh, du kannst dem Ding in der Bounding-Box, einen Kartenausschnitt übergeben, dann kannst du da eine Anfrage schreiben als, als Query und dann kannst du die ausführen und dann bekommst du einen Datensatz zurück, in dem Fall Amenity Drinking Water. Wir können ja mal, wir können ja mal Amenity, äh, Toilets hinschreiben. Also hast du mal die, 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 äh, iPhone-App gebaut? Exakt, das benutze ich dafür. Ja. Genau, und jetzt siehst du hier, da, diese ganzen Dinger hier, das sind die ganzen Toiletten, die es jetzt in diesem Kartenausschnitt gibt. Und eine einfache Anfrage und schon kannst du, kriegst du eine verwertbare Daten raus. Und weil ich nicht die öffentlichen Server mit meiner App da irgendwie stressen will, habe ich einen eigenen Server aufgesetzt und der hat einfach einmal die ganze Welt gespiegelt, die ganze Open-Street-Map-Welt und da läuft auch so ein Overpass-Server. Der aktualisiert sich dann irgendwie alle, äh, ich glaube alle, alle Minute gibt es einen Diff. Und alle Minute wird die Welt einmal geupdatet. Weil du gerade von Open-Street-Map-Map erzählst, hast du den, also hast du da mitbekommen, dass der, der Flug-Simulator gerade rauskam, ne? Ja. Also momentan streamen ja alle den neuen Flight-Simulator. Und alle sind ja so begeistert vom Wetter und ich frage mich dann heute, wie viel in der aktuellen Simulation von meinem damaligen Patent drin ist, was ich bei Microsoft geschrieben hatte. Weil wir hatten ja extra was geschrieben für die, für die Wetter-Simulation. Ja, das wirst du doch wissen. Ich weiß nicht, also das Studio wurde ja damals zugemacht und die haben eigentlich jetzt das programmiert, was wir vor zehn Jahren programmieren wollten oder anfangen wollten. Das kam ja lange kein, kein neuer Flug-Simulator raus. Und mir wurde aber ein Link zugespielt, was phänomenal war. Und zwar gab es bei den Open-Street-Map irgendwie einen Tippfehler von einem Gebäude, was zwei Stockwerke hoch ist. Ah ja, in Australien. Und das ist gefixt, also wurde relativ schnell gefixt, aber als sich Microsoft die Daten gezogen hat, waren das eben noch, weiß ich nicht, 2000 Stockwerke oder so oder 200. Auf jeden Fall hast du da so einen fetten Monolith dann in dem Spiel drin. Ja, ich glaube ja, das haben sie bestimmt auch absichtlich vielleicht drin gelassen. Das ist dem bestimmt aufgefallen und da haben sie sich gedacht... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das... Also da machst du keine QS mehr, du fliegst das Ding ja nicht komplett ab. Wobei das ist doch etwas, was ein automatischer Fall irgendwie... Also wenn da jetzt ein Gebäude ist, was so überdurchschnittlich über alle hinausragt, das ist doch ein einfach zu programmierender Standardtest, oder? Wenn du den Test geschrieben hast. Wenn du den Test... Ich glaube, den gibt es jetzt. Wahrscheinlich gibt es da jetzt bestimmten Tests, der so statistische Ausreiser irgendwie testet und überwacht. Ich habe übrigens Copy-Paste ganz gemacht in der VNC da, in der Session. Das heißt, Copy-Paste müsste jetzt funktionieren. Aha, okay. Super. Ich kann ja dann nebenbei nochmal den Link, den hatte ich auch in einem Discord drin. Ich suche den mal raus, ob ich den vielleicht findet wieder. Genau. Auf jeden Fall, also warum habe ich das jetzt erzählt? Warum habe ich den Server da jetzt neu gemacht? Mein alter Server hatte keine SSD. Und was schätzt du, wie groß ist die ganze Welt so? Mit allen Daten, mit allen Toiletten und allen Kreuzungen, allen Ampeln, allen Straßenschildern? Das Problem, was ich jetzt sage, ist falsch. Aber ich hatte es mal gelesen vor einer Weile. Das war gar nicht so groß. Weil ich glaube, die Open-Street-Geschichte stand nämlich auch in dem Artikel von dem Flugsmalator. Ich weiß nicht mehr. Es waren nur ein paar Gigabyte, kann das sein? Ein bisschen mehr. Mehr? 460 Gigabyte ist jetzt aktuell und es wächst auch zunehmend. Ja, aber das geht noch. Das ist, was ich aktuell im laufenden Semester an Streaming-Aufnahmen habe. Ja, 500 Gigabyte sind als SSD in einem Server halt auch nicht so günstig. Ja, ja klar. Also habe ich jetzt eine Terabyte und ein bisschen Platz habe ich. Retundant wahrscheinlich und ausfallsicher, ne? Nein. In dem Fall tatsächlich nicht. Und weg bist du. Hm. Das klingt ja komisch. Das klingt jetzt, als wäre dein Dings abgestürzt. So, da bin ich wieder. Jetzt bist du wieder da. Okay, sorry. Ah, genau. Kommt auch gerade der Kommentar. Rip Audio. Also es hat irgendwas mit dem Strom hier wieder am Laptop zu tun. Also ich glaube, langsam kommen wir, wir hatten das ja schon am alten Laptop, die Problematik. Du brauchst einen Aufzeichnungsrechner, du brauchst einen Computer, der nichts anderes tut, als Audio aufzuzeichnen. Ja, aber erst mal auf. Wenn bei mir Geld ist, das ist ein Ziel, ja? Das ist schon wieder kaputt. Mit einem Schlag. Nee, nee. Doch, der Ton gerade. Es ist wupp, wupp, wupp. Aber es ist ein dedizierter Streaming- und Aufnahmerechner geplant. Cool. Aber das, was ich will, ist natürlich wieder nicht so günstig. Mein Problem ist natürlich, ich habe gleich mit dem Gehäuse angefangen. Mit Rathematen, Acryl, RGB-Gehäuse. Oh Gott. Ich hätte jetzt einfach eine Audio-Works einfach irgendeinen Mac Mini oder so gekauft, dahingestellt und dann hätte der einfach nur Ton gemacht. Aber du kommst ja jetzt gleich wieder mit Acryl-Gehäuse. Das muss doch nicht leuchten. Doch, doch. Achtung, weiße Lüfter, die in RGB leuchten. Einfach phänomenal. Oh Gott, das will. Ich habe sogar bei meinem Automaten, habe ich auch alles RGB und so weiter rausgebaut. Das ist gar nicht erst eingeplant. Normalerweise kommt da ja so Zeug rein, aber nein. Oh Gott, das will. Nee, nee. Ich habe dir schon mal gesagt, das komplette Aufnahme- und Dingsgefühl ist bei RGB einfach. Das Aufnahmegefühl ist besser. Das ist besser. Ja, also Ton ist wieder da. Genau, und der Umzug hat geklappt. Der Umzug hat geklappt, genau. Ein paar Huste hat es gegeben. Bei der Gelegenheit habe ich gleich meine Disaster-Recovery-Strategie mal überprüft, indem ich einfach den neuen Rechner hingestellt habe, leer, und dann einfach restored habe. Okay. Und das hat problemlos funktioniert. Deswegen habe ich gleich noch mehr Mut gefasst, dass meine Disaster-Recovery-Strategie auch funktioniert. Das Resilio und so weiter, das Ganze synchronisieren, das ist ja auch einfach sensationell gut. Da gibt es allerdings einen, da gibt es was, ist mir aufgefallen, gibt es in der Resilio-Sync-Docker, da gibt es in der Beschreibung, ist ein Fehler. Weil wenn man das als Docker-Instanz installiert so, dann ist bei aktuellen Docker-Versionen, da steht jetzt hier, man soll da Docker ran und so weiter machen. Ich weiß nicht, ob du Docker bei dir auch so erklärst. Und dann hast du ja hier die Port-Freigaben. Und hier steht ja minus P und 55.555, das ist der Standard-Port von dem Ding. Und das soll ja eigentlich laut Dokumentation bedeuten, er würde dann diesem Docker-Container diesen Port auf dem Host exposen, auf dem Host zugänglich machen. Tut aber nicht. Okay. Also ich habe keine Ahnung, warum das nicht geht, wenn man hier die IP, also er macht das auf Localhost, das hier, aber nicht auf der festen IP vom Server. Ich musste hier meine IP und dann den Punkt, äh, Doppelpunkt, den Port und dann nochmal Doppelpunkt, den Port machen. Ich mache ja alles mit Compose. Und also nicht direkt über den Docker-Befehl, sondern über Compose. Und ich habe mit den Ports ein bisschen rumgefrickelt und habe es aber am Ende auch ans Laufen bekommen. Also das läuft, das ist ja gar nicht der Punkt. Was nicht läuft, ist direkte Verbindungen von verschiedenen Resilio-Instanzen zueinander. Okay. Und das heißt, der hat dann irgendwie nur mit so drei, vier Megabyte pro Sekunde synchronisiert. Und als ich dann diese, als ich die IP-Adresse hier fest mit reingepackt habe, statt nur den Port, dann hatte ich meine 300 Megabyte die Sekunde Sync. Ah, okay. Das kann natürlich bei mir nicht aufgefallen, also kann sein, dass es nicht aufgefallen ist, weil ich die Docker-Instanz gar im Netz laufen habe und ich da eh nur kleine Dateien hin und her schiebe. Bis auf das Backup, was nachts zurückläuft. Ja, also ich habe tatsächlich ja den kompletten Server dann einfach einmal Desaster-Recovery recovert. Und dadurch, dass das Resilio mehrere Endpunkte hat, wäre es wurscht gewesen, wenn der alte Server tot gewesen wäre. In dem Fall hat er halt den alten Server mitgenommen als Quelle. Und deswegen sind dann da 300 Megabyte die Sekunde irgendwie auf den Rechner restort. Und das lief wirklich gut. Resilio an sich ist eh eine große Empfehlung. Ich glaube, das haben wir jetzt hier schon mehrfach gesagt. Es gibt eigentlich fast kein Sync-Programm, was ich jetzt fehlerfreier Problemlose habe. Zumal das auch diesen tollen Modus hat, ich weiß nicht, ob du den benutzt, dass man eine Freigabe auf dem Server so anlegt, dass sie verschlüsselt liegt. Habe ich, glaube ich, sogar auf dem Web-Server so installiert. Genau, also das ist halt unglaublich praktisch. Das heißt, auf dem Rechner, der im Internet steht, liegen dann eigentlich die Daten zwar drauf, allerdings nur verschlüsselt. Man kommt nicht an die Rohdaten ran. Man braucht dann den Schlüssel und auf beliebigen anderen Rechnern kann man dann quasi denselben Sync-Ordner sich dann auch holen und kann den Schlüssel dazu packen und dann hat man die Dateien. Genau, für den Backup-Ordner habe ich das in der Richtung und dann die andere Geschichte, was ich hier gebaut habe, ist der Web-Server. Also wir haben gestern auch für die Vorlesung das vorbereitet. Und nachdem es ein Fair-Server war, habe ich es in der Lokale vorgebracht. Und dann war dann drei Stunden später war es auf dem Web-Server. Und ja, super. Also das Tool kann ich aktuell auch immer wieder empfehlen. Und alle, die sich ja fragen, woher das kommt, wir hatten, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal darüber gesprochen, das war im Prinzip, ist das, was früher BitTorrent war, vom Protokoll. Ja, benutzt das BitTorrent-Protokoll sogar. Genau, benutzt das Protokoll. Und von daher funktioniert das ja super gerade in so verteilten Umgebungen, weil dafür ist das eigentlich gebaut. Ja, der Name von Resilienz, also einfach, dass man sagt, das ist sehr robust, das synchronisiert immer, kann ich bestätigen. Also ich habe noch kein Netzwerk gefunden, in dem das Ding nicht wenigstens über einen Proxy, irgendeinen Proxy gefunden hat und dann doch noch eine Verbindung aufgebaut hat. Das ist das, was mir eigentlich am meisten Sorge macht. Ich habe ja mein Netzwerk, also ich behaupte mal, ich habe es relativ gut abgeschottet, auch mit der DMZ. Und habe da auch ein bisschen im Auge, wer wo da rausfunkt. Der Resilio hat es geschafft. Also keine Ahnung, welchen Weg das da initial gegangen hat, aber ich hatte es einmal installiert und das konnte damals instant synchronisieren. Und da ist mir auch erstmal die Kinnlade runtergefallen, wo ich gedacht habe, hey, wie haben die das jetzt gemacht? Ja, die benutzen wirklich sämtliche Tricks dafür. Und ich habe jetzt tatsächlich das Resilio auch auf einem anderen Projekt wieder mit eingesetzt, kann ich ja auch wieder gleich nachher dazu erzählen. Genau. So, ansonsten wollen wir zu den Themen. Genau. Oder hast du noch Neuigkeiten? Nee, ich bin Momtan, also wir hatten ja, deswegen hatten wir... Bist voll unter Feuer. Die Kinder, ne? Also ich habe es ja immer wieder im Streamen, die Kinder halten dich halt auf Trab. Wird Zeit, dass ihr mal Nachrichten vorlesen geht. Ja, und Kindergarten hat wieder Ferien, also die letzten drei Wochen und das bald gleich nochmal eine Nummer mehr. Ja, also digitaler Alltag als Experiment. Erzähl mal, was hast du da... Ich hatte, 2019 sind wir angesprochen worden. Ich meine, du kennst ja die, ja, mein Steckenpferd, dass ich tatsächlich sehr viel so Selbstvermessungssachen mache. Also was weiß ich, jetzt gerade eben, also hat es ein bisschen gedauert mit unserer Aufnahme, weil ich noch Sport eingeschoben habe und halt die komplette, was ich mache an Sport, was ich esse und so weiter, das ist alles mit gespeichert in mir zugänglichen Datenquellen. Also das wird... Teilweise habe ich mir Wagen selber gebaut und so Zeug. Und da hat eine Soziologin, die Frau Professor Nicole Zillien, hat dort ein Buch angefangen zu schreiben, einfach auf sozialwissenschaftliche Betrachtung, wie das denn so ist, wie man denn so selbstwissenschaftliche Experimente macht an sich und mit seiner Welt. Und weil wir, weil ich damals relativ viel durch diese Abnehmen-Story damals ziemlich viel darüber dokumentiert habe und auch in diese Foren da so reingestellt habe, ist die auf uns aufmerksam geworden und hat gefragt, ob sie denn unsere Beispiele nicht einfach nehmen könnte und sie mit ihm im Buch verarbeiten kann und da einfach mal ein bisschen so Interview und so weiter macht. Das hat sie gemacht, 2019. Und das ist jetzt tatsächlich rausgekommen, das Buch. Kann man kaufen. Und habe ich auch hier eine Kopie, kann ich empfehlen. Das ist natürlich eine Wissenschaftslektüre. Das ist jetzt kein Groschenroman. Das liest sich nicht so weg. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nichts, was man abends vor meinem Einschlafen lesen sollte. Je nachdem, wie man so drauf ist. Also ja, das ist vielleicht jetzt nicht der Science-Fiction-Roman. Aber es ist tatsächlich unglaublich interessant, weil es auch noch mehr Beispiele gibt, außer jetzt uns. Außer mich selber, das ich jetzt ja selber schon kannte. Und die Betrachtungen an sich sind natürlich dann interessant. Es geht jetzt auch weiter. Sie macht jetzt noch ein weiteres scheinbar ein Buch. Genau. Und darüber wollte ich einfach mal erzählen, dass es sowas gibt erst mal, dass es so Menschen gibt, die sowas aufzeichnen. Und es gibt Menschen, die betrachten sich, was passiert, wenn man sowas aufzeichnet. Also die vergleichen dann zum Beispiel auch an der Abnehmgeschichte, das, was wir da so geschrieben haben. Weil wir haben uns ja auch in solchen Foren rumgetrieben und dann auch so Sachen gefragt, wie denn das und das ist und haben das selber ausprobiert, wie denn der Körper darauf reagiert, wenn man sich so oder so mal einen Monat ernährt. Und da ist dann schon aufgefallen, dass viele Betrachtungen da irgendwie am Ende dann doch wieder in die Wissenschaft münden und man vielleicht auch viele Abkürzungen nehmen könnte. Okay. Genau. Und weil das jetzt rausgekommen ist, da wollte ich einfach drüber erzählen. Dann kann ich ja mal das Buch um. Ich glaube, das verlinken wir auch nochmal. Also auch thematisch passt das ja zum Podcast. Ich glaube, das verlinken wir mal auf der Podcast-Grab-Seite. Packen wir da mal noch drauf demnächst. Und das geht ja auf den Preis, sehe ich gerade, ne? 30, 30. Klick mal aufs PDF drauf, was es da kostet. Die sind ja meistens ungleich. Ich weiß gar nicht, da erinnert sich der Preis nicht. Ein ganzer Cent gehen dafür die Druckkosten ab bei dem Verlag. Das ist natürlich bemerkenswert. Ja, das ist ein relativ dickes Buch. Ich habe das Buch tatsächlich gekauft und von der Autorin das PDF zur Verfügung gestellt bekommen. Und da sage ich dir gerade mal was dazu. Also in so einem Preisfall gehe ich normalerweise hin und kaufe mir das gedruckte Buch. Ja, habe ich auch gedacht. Weil ein PDF zu erstellen, kostet ja nichts. Also ich verstehe das. Die Verlage kämpfen ja auch. Und die Autoren wollen ja auch was verdienen. aber trotzdem, das ist also nicht der, sag ich mal, der Druckpreis. Auf der anderen Seite gehe ich öfters mal hin von Büchern, die es nur als digitale Version gibt, als PDF und jagte inzwischen durch so einen Print-on-Demand-Dienst durch, dass ich auch eine Papierversion davon habe. Also gerade für Bücher, die es eben nicht gibt. Ich bin dann doch jemand, der gerne mal in Bücher was reinschreibt oder reinmalt. Ich hatte es auch gestern erzählt im Stream, dass du eigentlich meine Bücher in der Regel nicht wiederverkaufen kannst. Also die wenigsten. Weil das halt Arbeitsgegenstände sind für mich. Da wird reingeschrieben und markiert und Notizen reingeschrieben, Post-its reingeklebt. Also tatsächlich habe ich eigentlich ganz gerne eine gedruckte Variante. Also ich habe jetzt hier nur das Buch deswegen gekauft, weil ich es Leuten in die Hand drücken kann, die das interessieren. Und ich habe einige, die das interessiert hat und dann habe ich das jetzt einfach so ein Verleihen. Es ist praktischer als eine PDF-Datei. Ja, klar. Ja, sehr schön. Also verlinken wir auf jeden Fall. Und werde ich mir auch mal dann antun die nächste Zeit. Genau. Ich werde dir mal schreiben, ob ich ein Rezessionsexemplar bekomme. Na, du hast jetzt, ich kann dir das Buch schicken. Kann ich dir allein. Kein Problem. Das Gedruckte. Ja, ich kann dir aber auch fragen, ob ich ein Rezessionsexemplar für die Vorlesung bekomme. Ach so, das kannst du natürlich auch machen. Ja, das ist also einer der Vorteile als Dozent. Du kannst ja immer mal fragen, ob es ein Rezessionsexemplar gibt, wenn man Teile davon in Vorlesungen einsetzen möchte. So, bevor ich jetzt hier mein Thema mit der Beleuchtung angehe, weil das interessiert mich, wie du das gelöst hast, will ich wissen, wie denn dein, eines der letzten Podcasts haben wir beide mal über deinen Schreibtischbau. Und dann habe ich Fotos gesehen, du hast das dann gestrichen. Ja, was ist denn jetzt hier? Ja, der Blog-Eintrag fehlt noch tatsächlich. Du musst ja keinen Blog-Eintrag machen. Zeig's uns, zeig's. Wie soll ich dir das zeigen? Nein, erzähl, erzähl. Also ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Der ist eigentlich auch aus Einzelteilen zusammengebaut. Also Anfang von der Corona-Krise hatte ich von einem Bekannten noch den Tipp bekommen, weil ich auch gesagt habe, ich habe öfters mal den Nachwuchs in der Trage drin und am Schreibtisch so. Er hofft, ich habe einen steht. Ich habe gesagt, nee, habe ich nicht. Ich meinte, besorg dir einen. Habe ich mal zum Gestell bestellt und dann noch eine richtige Schreibtischplatte. Also eine, das ist wirklich ein Büro, also keine Ikea-Platte dann. Die hatten früher richtig gut, da hatte ich jetzt nichts gefunden. Dann bin ich mal in so einen Online-Shop für Bürozubehör und dann habe ich so eine Schreibtischplatte, die wiegt auch ein paar Kilo, die so Epoxidharz beschichtet, also wie man das aus einem Büro auch kennt. Das heißt, da kann man drauf kratzen und schreiben und die kannst du abwischen. Die geht nicht so schnell kaputt. Und dann habe ich mir auch so die Rohre, wo man so Gestelle quasi baut. Kennst du vielleicht von Anzeigen, wo manchmal solche Riesen-Banner drin sind. So Traversen? Oder Traversen, genau. Dann habe ich mir so eine kleine Menge bestellt und habe da so 60 Zentimeter hoch und 1,20 Meter breit eine kleine Traverse mit drei senkrechten Pfeilern gebaut. Und da ist jetzt quasi Monitor dann mit einer Weserhalterung dran. Das Laptop ist mit einer Weserhalterung dran. Die Kamera ist da oben dran geschraubt. Alles dann mit so Stativklemmen, die man aus der Fotografie kennt. Und das Letzte, was wir jetzt noch ran gebaut hatten, war einmal so ein Elgato Keylight. Das leuchtet quasi von der einen Seite. Auf der anderen Seite ist eine Philips-Hohelampe, eine ganz normalen Schreibtischlampe. Die leuchtet so ein bisschen nach oben. Und damit bekomme ich das eigentlich aktuell ganz gut ausgeleuchtet. Vor allem, weil mein Schreibtisch eben direkt am Fenster steht. Da ist ein Clicee dran. Das heißt, das Licht ist eher diffus. Aber das sieht man manchmal auch bei den Videoaufnahmen dann, wenn die Sonne auf, also so Wolken vorbeiziehen, dass sich dann halt Lichtverhältnisse ändern. Und das kriege ich mit den beiden Lampen ganz gut ausgesteuert. Die Elgato Lampe hat so ein bisschen das Problem, dass die eben nur weiß oder warmweißes Licht kann. Also da kann sie eben nur dazwischen hin und her schalten. Und deswegen habe ich eben als Ausgleich nochmal diese Philips. Das ist dann auch so eine RGB-Lamp. Also abends mache ich da immer so schickes buntes Licht an. Aber wenn es so von der Tagesbeleuchtung nicht ganz passt, dann kann ich da eben entsprechend eine andere Farbe auswählen. Also gerade wenn es mit dem Greenscreen hinten dran nicht passt und das grüne Licht dann zu sehr reflektiert. Letztes hatten wir eine Streamaufnahme. Da konnte man durch meine Stirn durchschauen, weil die quasi die Stirn dann so grün geleuchtet hatte durch die Reflektionen. Und das kriegst du dann halt mit der zweiten Lampe dann halbwegs ausgesteuert. Da habe ich mir jetzt überlegt, ich mache über die Lampe noch so wie eine Milchglas-Scheibe, vielleicht auch das Plexiglas, wenn ich da was finde, dass es auch nochmal ein bisschen diffuser ist, das Licht. Ja, du hast ja das Glück, dass du keine Brille auf hast. Dann ist mit dem Licht bist du ein bisschen flexibler. Ja, genau. Also ich habe eine Brille auf und da ist das mit Licht, Gegenlicht immer so eine Sache. Da siehst du dann eigentlich nur noch irgendwelche großen Ringaugen oder sowas. Ja, das stimmt natürlich. Aber also da ist vielleicht die, also dieses Elgato ganz gut, weil das ist so, innen drin stecken da 80 LEDs von Osram. Und dann hat die oben drüber so eine Scheibe. Ah, das ist so eine richtige Platte, ne? Das ist eine richtige Platte, wie man das aus der Fotografie kennt. Alternativ kriegt man aber auch für 30 Euro gibt es so diese, also diese Lichtboxen aus der Fotografie, die sind halt ungleich größer. Aber damit bekommst du dann auch so diffuses Licht hin und dann passt das eigentlich ganz gut. Also ich gucke jetzt gerade das Bild im Stream an, also es geht eigentlich recht gut. Wobei die, doch die Seite, wo sie hell ist, das ist halt das Fenster, was reinleuchtet. Ne, also das ist da die Ausleuchtung. Vielleicht tausche ich das mal noch aus in so ein Keylight Air von Elgato, die RGB-Lampe. Das mache ich aber alles erst, wenn der Schreibtisch umgezogen ist. Ich muss das alles ja nochmal dann wahrscheinlich in einem Jahr, wenn da umgezogenes neue Büro ansteht, abbauen und nochmal alles aufbauen. Ist das dann ganz anders geschnitten? Also wie hast du denn da die Lichtverhältnisse? Das wird komplett anders sein. Da habe ich Beleuchtung dann von zwei Seiten und ich kann halt auswählen, wo der Schreibtisch steht. Also momentan steht halt der Schreibtisch in einer Galerie bei uns im Obergeschoss, weil es eben wegen Kinderzimmer etc. ein bisschen Umzug gab. Und es war ja eigentlich nicht niemals geplant, wie wahrscheinlich bei vielen, vielen Menschen, dass man sechs Monate oder in meinem Fall auch zwölf Monate fünf Tage die Woche von zu Hause vorlesen hält. Das ist ja alles so aus der Not geboren und habe halt versucht, also was sind das bei mir? Das sind zwei Quadratmeter, wo ich da bin. Also da ist quasi vor mir die Wand. Da möchte ich noch so diese Schallschluck-Schaumstoff-Gedöns-Dinger hin. Molton? Nee. Also die gibt es so Eierkarton-mäßig. Und dann ist halt dann direkt nach 1,50 Meter schon der Greenscreen, weil dann auch ab da quasi Sportgeräte und ein Teil vom Nähzimmer von der Frau dann anfangen. Ich habe mich hier quasi aktuell nur so vorübergehend einquartiert, bis es dann halt wieder in ein neues Büro oder Homeoffice ist. Es wird vielen so gehen, dass da jetzt die Situation sich vielleicht ein bisschen so ändert in der Wohnung oder im Haus, dass man jetzt überlegt, wie man das jetzt organisiert. Da habe ich das Glück, dass ich das schon immer mit einem eigenen Raum gelöst hatte. Genau. Da gab es gerade auch auf, glaube ich, Golem war das ein Artikel, dass Panasonic jetzt so ein Homeoffice-Cubicle rausbringt, was so dieses schreckliche Holz mit diesen Löchern drin, was man oft in neuen Bürogebäuden sieht. Wenn das so große Flächen sind und du siehst da davor, dann bekommst du so wirklich so einen Seeflash. und da haben die jetzt eben was gebaut und obwohl der Bedarf in Japan existiert, weil die das halt ganz oft auch im Wohnzimmer machen, weil die ja gar nicht so viel, genau, weil die nicht so viel Platz haben in den Wohnungen. Und dann haben die denen so was gebaut, was quasi zwei Wände hat, wo man sich so eine Ecke quasi machen kann. Ja, aber ich meine, Japan, das ist jetzt zu vergleichen mit dem, was man jetzt hier in Deutschland oder so, da hat der Mitarbeiter halt irgendwie einen Quadratmeter. Und ich glaube, das ist jetzt für Japan noch okay. Ist bei uns halt komplett absurd. Also bei uns sind halt die Tische höher grundsätzlich, nicht so tief. Ja. Bürowabe. Aber klar, wenn es im Wohnzimmer steht und du da drin eh keinen Platz hast, dann brauchst du halt was Kleineres. Naja, bloß was nützt dir das? Das ist ja nicht akustisch irgendwie getrennt oder so. Vielleicht hörst du das Tippen nicht so doll. Was ich nur, wobei ich glaube, diese Holzplatten mit den Löchern, die sind auch so ein bisschen schalldämpfend. Und der Preis, glaube ich, mit 700 bis 800 Euro ist natürlich, wenn du mich fragst, dann doch eine coole Tastatur. Ja. Ja. Also, es besteht halt nur aus einem, aus zwei Platten und einem kleinen Tisch, der auch aus zwei Platten besteht. Das war, das war schon der ganze Zauber. Also kann man jetzt, ja, kann man sehen, wie man will. Das ist halt ein Gimmick. Ich glaube, in Japan ist das ganz cool. Ich glaube, der Preis orientiert sich daran, dass das der Einzelpreis ist und du das eigentlich gar nicht selber bestellen sollst, sondern das soll dein Arbeitnehmer, Arbeitgeber für dich bestellen und gleich in großen Mengen. Dann macht das ja schon wieder Sinn. Das kann ja nochmal eine interessante Idee sein. Ja, aber grundsätzlich ist das halt viel zu klein. Da passt kein Monitor drauf. Du guckst dann die ganze, also da passt nichts rein. Das ist, ja. Also wer die Fotos bei mir von Instagram kennt, ja, nein, mein Equipment würde da aktuell auch nicht drauf passen. Echt, ich glaube, kaum ein Equipment passt da drauf. Das sieht nicht so aus, als wäre da viel Platz. Ein Quadratmeter schreiben sie ja selber. Das ist nicht viel. Ja. Genau, und du hast jetzt sozusagen, ja, vom Rechnerseite, hast du ja keinen Bedarf auf weitere Ausleuchtesituationen, oder? Du hast ja quasi nur Tageslicht genug. Genau, wobei ich da sogar einen Vorhang vorziehe. Das hat halt ein bisschen mit dem Greenscreen zu tun, weil wenn du da das Licht von der Seite hast, dann reflektiert das. Also quasi das Licht, was vom Greenscreen reflektiert und auf andere Gegenstände fällt, das ist dann eben, wo die dann plötzlich grün werden und dann musst du sehr viel nachjustieren, dass du es rausgefiltert bekommst oder dir halt irgendwelche Sachen durchsichtig werden. Also man sieht das manchmal bei mir, ich habe eine, das Armband von meiner Apple Watch ist gelb und je nach Lichtverhältnissen reflektiert das tatsächlich den Greenscreen und dann ist auch mein Arm durchsichtig an der Stelle, wenn der mal durchs Bild fliegt. Und das sind halt so Kleinigkeiten, wo du dran denken musst, die halt zufällig passieren, ja. Aber von daher passt es erstmal, ich selbst bin mit diesem Elgato und mit der Ruhe ganz zufrieden. Ich hatte am alten Schreibtisch noch was, das würde ich eigentlich gerne hier wiederhaben, aber es geht halt nicht. Wobei in der Traverse könnte ich es nochmal ranbauen und zwar war das auch von Philips von Ruhe, die haben so einen LED-Strip, den du eben auch RGB steuern kannst, also die Farben einstellen kannst und den könnte ich mir jetzt zum Beispiel nochmal an der Traverse von der Rückseite vorstellen, weil der halt dann nochmal die Wand oder so beleuchtet und dann halt dieses indirekte reflektierte Licht hast und durch diese vielen LEDs hat das eigentlich damals mein Schreibtisch sehr, sehr gut ausgeleuchtet und die LEDs, also gerade diese Philips-LEDs, ich bin da komplett begeistert, weil die können, die sind richtig, ja, und gerade auch wenn du die Weisböne hinnimmst, kriegst du ein unheimlich gutes Bild, gerade für Webcams hin, also von der Ausleuchtung, wo die dann überhaupt kein Bildrauschen haben. also das, da sind die gar nicht, gar nicht schlecht. Okay, cool. Okay, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass das natürlich Bildrausch noch irgendwie unterstützen kann. Du bist der Einzige, der überhaupt LED, bunte LED-Sachen, den ich kenne, bunte LED-Sachen irgendwie so in seinem Sichtfeld hinpackt. Echt? Ich habe einen einzigen Anwendungsfall für LEDs, für bunte LEDs und der hängt bei mir auch an der Wand. Ja. Weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe oder ob ich dir das mal gezeigt habe. Ich habe mal so einen Philips Ambilight selber gebaut. Also mal selber gebaut, das ist 2014. Stimmt, das ist schon eine Weile her, ich erinnere mich. Genau, und das sieht so aus an der Wand. Ja. Einfach ein Fernseher, der einfach rundherum LEDs hat und dann quasi nach Bildinhalt die Farben setzt. Und das ist das Einzige, wenn der Bildinhalt stimmt, dass der so rausblutet aus dem Bild. Das ist das Einzige, wo das einigermaßen erträglich ist. Aber so einheitlich einen ganzen Raum in, weiß ich nicht, grün oder orange oder so, das macht Kopfweh. Wir haben das sogar in der Wohnung. Wow. Wir haben sogar in der Küche haben wir so LEDs am Küchenfenster. Also nicht LEDs, es gibt ja dann die normalen Glühbirnen von Philips, die das können. Und da kannst du dann je nach Lust und Laune oder wenn ich ja mal an der Xbox zocke, kannst du eben eine andere Farbe einstellen. weil ich sage, ich habe ja auch, die, die Zuschauer sehen es gerade, ich habe ja so ein selbst geplottetes Elite Dangerous T-Shirt an von meiner Frau und die, ich habe ein eigenes Setup für das Spiel. Also wenn ich ja quasi durch den Weltraum fliege im Wohnzimmer, habe ich eine eigene Beleuchtung. Und so mit Farben ist ja geil. Wie ist die, wie ist die? Das ist statisch, ist blau und lila natürlich, aber viel blau. Da kommt halt ein bisschen dieses kalte Feeling vom Weltall rüber. So viel zum Thema, komplett durchgenerdet. Also da ist jetzt natürlich stellvertretend für die Zuhörer, muss ich jetzt natürlich schon sagen, da sollte deine Frau mal ein Foto machen, während du da das in kompletter Beleuchtung auf dem Bildschirm spielst. Das schläft ja normal. Ach so. Ich mache das ja immer nur, wenn die schläft. Ach so. Aber guck, ich meine, sie hat mir ein T-Shirt geplottet, wo mein Commander-Name draufsteht. Also so eine Frau müsste wirklich mal, also die, die dieses ganze Nerd-Gedönse da mitmacht. Ich glaube, wir müssen das in jedem Podcast, müssen wir unsere Frauen entsprechend loben, dass sie uns so einen Blödsinn machen lassen. Ja. Naja, die stiftet mich doch auch immer an, meine Frau. Jetzt wird sie lachen. Tatsächlich habe ich für mich ist das auch sehr schön, dass da immer alles mitgemacht wird. Und noch viel schlimmer, immer noch einer oben drauf. Genau, immer noch. Auf der einen Seite ist es ja, man muss ja Zeit investieren, also man darf das ja gar nicht unterschätzen, was dann Zeit kostet. Aber, dass es wirklich mitgemacht wird und das dann vielleicht noch angestachelt wird, das ist ja auch so eine Geschichte. Letztes wieder Besuch gehabt und dann meint meine Frau, oh, du könntest aber auch Podcast aufnehmen, du hast ja eine gute Stimme dafür und Kommentar war dann, über was soll ich podcasten. Das wissen wir doch auch nicht und wir machen es trotzdem. Ja, aber wir sind ja mit der guten Absicht reingegangen, genauso den Podcast aufzunehmen. Ich glaube, eine gute Absicht. Genau. Erzähl mal, hast du denn ein konkretes Problem mit dem Ausleuchten? Also ich weiß ja, dass dein Schreibtisch im Prinzip, die Kamera ist aber ja immer so Richtung Fenster, das ist der Klassiker mit Gegenlicht. Ja, ich habe hier natürlich, genau, also der Klassiker ist ja deswegen der Klassiker, weil das, ich weiß jetzt nicht, wie dir es geht, wenn ich in einen Raum reinkomme und ich weiß, ich muss da jetzt irgendwas sitzen oder irgendwie mich mit jemandem unterhalten oder Computer bedienen, dann setze ich mich immer mit dem Rücken zum Licht, immer. Weil es nichts Schlimmeres gibt, als in irgendeiner Situation in die Sonne zu schauen oder ins Helle zu schauen, das geht einfach nicht. Und wenn man irgendwelche Verhandlungssituationen hat, dann sucht man sich am besten immer genau diese Position so aus, dass der andere immer ins Licht gucken muss. Gewinnt man jede Verhandlung? Das ist sehr interessant, weil bei einem meiner ehemaligen Arbeitgeber war das tatsächlich so, wenn du ins Büro reingegangen bist, stand der Stuhl eigentlich immer genau an der Stelle, dass du gegen das Licht geschaut hast. Ja, super. Das ist sehr, sehr krass. Und was ich dann immer gemacht hatte, ist, ich habe den Stuhl genommen und weil das aus dem halbrunder Tisch war und habe mich immer erst mal auf die andere Seite gerollt. Dann saß ich zwar halb hinter dem Monitor, aber ich habe nicht mehr ins Licht reingeschaut. Ja, das geht auch nicht. Aber es gibt ja nicht nur das Problem zu viel Tageslicht, so wie wir gerade darauf hinweisen, sondern es gibt ja das umgekehrte Problem auch zu wenig Tageslicht. Und jetzt haben wir es ja bald wieder, die Tage werden wieder kürzer. Jetzt im Moment habe ich jetzt hier schön Overcast, also ich habe hier keinen direkten Sonnenschein, sondern nur so irgendwie so grau. Und da hat man das Problem, dass man eigentlich irgendwie schönes Tageslicht will, so mit Sonne und so. Und da gibt es tatsächlich mittlerweile durch die LED-Technik Zeug, so Panels, die unheimlich teuer sind, aber die echt krasse Lichtverhältnisse produzieren. Also krasse Lichtverhältnisse im Sinne von, man sagt, ich habe sie noch nicht selber gesehen und das nächste Mal in Japan schaue ich mir so ein Ding an. Das sieht wirklich so aus, als wenn du in den blauen Himmel rausguckst. Also technische Daten natürlich, die Dinger haben, was haben sie? Also erstmal kurz so zwischen 680 und 700 Euro und 800 Euro das Panel sind, ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben, was haben wir für Maße? 63 mal 63 Zentimeter und ich weiß nicht, ob du mit was anfangen kannst, aber 3900 Lumen ballern die raus. Und das ist auf der Fläche, die die da haben, eine Menge. Also LED-Technik ist faszinierend, was da eigentlich inzwischen rausgeholt wird. Also diese Panels machen so irgendwie, ein Panel macht 75 Watt Stromverbrauch. Also Stromverbrauch. Gott. Ja, ja. Das ist eine Menge. und die Videos, man findet wirklich wenig Videos dafür, dass das am Anfang des Jahres vorgestellt wird und man findet wenig Bilder, wenig Videos, weil das Problem, was die haben, ist natürlich, es lässt sich schlecht darstellen. Es gibt aber mehrere, es gibt jetzt nicht nur das hier von Mitsubishi Electric, es gibt auch noch von verschiedenen anderen Herstellern solche Tageslichtpaneele und die in die Decke statt normale Deckenlampen ist wahrscheinlich keine so schlechte Idee. Es soll tatsächlich aussehen wie normale Oberlichter, wie jetzt hat man das Dach weggerissen. Ich kann es auch noch nicht glauben, ich muss unbedingt sehen, wie das aussieht. Also Berichte, hast du schon geplant, wenn du das nächste Mal nach Japan fährst? Also du musst unbedingt in ein Büro reingehen, wo sowas verbaut ist. Ja, ja, also was heißt geplant? Das Problem an der Geschichte ist ja nicht, wann, könnte sofort, ich kann halt nicht, weil sie mich nicht reinlassen. Also wir haben ja diese Situation aktuell noch und solange die nicht aufgelöst ist und solange es da nicht irgendwelche Lösungen für gibt, ist das aussichtslos, dass man da jetzt aktuell dahin kommt. Auch wenn es sehr, sehr, sehr schlecht ist, dass man nicht hinkommt. So, genau. Also die erklären hier in tollstem Japanisch, was das Ding alles kann und was das alles tut. Du hast ja einen Vorteil, du kannst es ja entziffern. Ja, ja, so kompliziert ist das jetzt nicht. Ich glaube, da kann man selber irgendwie schon ziemlich gut raus entziffern, was da hier was bedeutet. Also das ist verschiedene, verschiedene Farb, na, Lichtfarben hat, Lichttemperaturen und diese Tageslicht. Aber es ist jetzt nicht mit Bildern, also es hat wirklich nur so eine Fläche, also wahrscheinlich ähnlich wie das Elgato, was ich hier habe, also eine Lichtfläche, die da erscheint. Ja, genau, also du siehst tatsächlich blaue Lichtfläche, also du siehst so eine blau-weiße Lichtfläche. Also wenn du direkt reinguckst, dann sollst du weiß sein. Ja, also was mir dazu gerade einfällt, ist, ich hatte vor kurzem das Making of von The Mandalorian auf Disney Plus angeschaut und die haben ja, ich glaube, The Dome heißt es oder wie sie es genannt haben, also die haben eine komplett neue Aufnahmetechnik, die machen das nicht mehr mit Greenscreen, ich weiß nicht, ob du dir das schon angeschaut hast, sondern die haben das Studio, ist ein echtes Studio und dann wird auf die Rückwand wird das projiziert, was quasi der Hintergrund ist von der Aufnahme. Das heißt, es wird die Leinwand mit einem Bild abgefilmt und das eigentliche Set, wo gespielt wird, das ist real. Okay. Und das geht so weit, dass die ein Teil vom Raumschiff richtig physikalisch gebaut haben und ein Teil ist dann eben projiziert und das Krasse ist, wenn sich die Kamera bewegt, dann bewegt sich die Projektion mit, dann bewegt sich die Projektion, also im ersten Moment denken sie, oh, und das Krasseste, was ich dann gesehen habe, ist das Oberlicht, das Oberlicht sind irgendwie tausende von LCD-Monitoren, die aneinandergereiht eine riesen Oberfläche ergeben und da wird auch ein Bild. Ja klar, damit die Spiegelung passt. Ja, das heißt, du hast oben Bild, also den Himmel und du hast Nebenbilder und das geht alles ineinander über und es basiert wohl auf einer VR-Aufnahmetechnik von The Lion King, von der letzten Variante, wo man quasi mit so einer VR-Kamera sind, die da drinnen rumgerannt und das haben die noch ein bisschen erweitert und das Spannende ist eigentlich, dass die von der Qualität her wohl Kino-Qualität mit Serienbudget erzeugen konnten. Also deren Problem war wirklich, die wollten hochqualitativ in diesem Star Wars-Universum drehen, aber hatten eben nur dieses Serienbudget und dieses, das Budget war von Anfang an fix, da gab es eben keinen Verhandlungsspielraum mehr. Deswegen auch Baby Yoda Animatronic statt 3D wahrscheinlich. Ja, wobei das ganz bewusst gewählt wurde, dass der nicht animiert war, sondern dass der als Figur war. Das sieht doch bestimmt, also ist das in dem Making-of dann auch, wird das gezeigt, dass man das von einer anderen Perspektive als der Kamera sieht, wenn sich diese Projektion, weil das sieht doch total trippy aus, wenn du, Ja, ja, das ist, weil die, das bewegt sich ja quasi nach der Perspektive der Kamera und wenn du daneben eine andere, in einem anderen Blickwinkel hast, dann müsste das doch echt komisch ausschauen. Das zeigen sie auch und wenn du das anschaust, dann denkst du jedes Mal so, What? Ja, was geht denn da? Ich werde hier auch gerade ein bisschen gebasht im Chat, da wird, ich werde korrigiert, also die komplette Serie hat 100 Millionen Dollar gekostet, aber trotzdem für eine Serie, also wenn man sich überlegt, dass ein Kinofilm, das manchmal der Hauptdarsteller weit über 20 Millionen bekommt, das wäre ja im Prinzip schon ein Fünftel, ein bisschen Viertel, also je nach Gas. Also ich muss sagen, mir hat der Mandalorian mehr Spaß bereitet als die letzten drei, Star Wars Kinofilme. Also das. Okay, da sprechen wir jetzt nicht drüber. Wir können ja mal ein Star Wars. Also ich meine jetzt die, na, Han Solo und so Zeug. Diese Kinofilme, nicht die aus der. Ja, 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 ich weiß, also ich weiß, die Meinung gehen das sehr auseinander und das ist vielleicht so ein Funfact für alle, also Star Wars Episode 5 war tatsächlich der erste Film, den ich gesehen habe, damals noch auf VHS. Wir hatten aber damals nur ein Video 2000. Das heißt, mein Bruder hatte damals einen VHS-Rekorder ausgeliehen, der war damals beim Militär und er konnte damals bei so einem amerikanischen PX einen VHS-Rekorder, das hast du nicht kaufen können bei uns, hat er den ausgeliehen und dann war wirklich Star Wars Episode 5 der erste Film, den ich so richtig auf Video gesehen habe, also kein Fernsehfilm oder TV-Programm, sondern den habe ich natürlich hoch und runter genudelt, bis die, bis das Band kaputt war, Hat halt den ausgeliehenen Film kaputtes Band zurückgegeben. Aber ja, also bin ich mal ein ganz großer Fan. Wenn der Umbau fertig ist, dann werde ich auch mal meine mehrere hundert Figuren umfassende Sammlung dann im Hintergrund aufbauen, nur mal um den Nerd-Status zu untermauern. Ich hatte mehrere Jahre lang jede einzelne 4-Zoll-Figur, die es von Star Wars gab, gesammelt. Ausnahmslos. Ich hatte manche von Bekannten dann aus Amerika besorgen lassen, weil du die in den USA nicht besorgen konntest. Ich darf es jetzt nicht so laut sagen, ich bin jetzt nicht deswegen rübergeflogen, aber ich habe wirklich einmal auf einer Geschäftsreise habe ich das quasi bestellt, an jemanden liefern lassen und bin da hingefahren, um die abzuholen. Weil du die nicht bekommen hast und ich habe die halt über Ebay in den USA dann geschossen. Also du hast ja dann zu dem liefern lassen, weil du brauchst ja dann eine Lieferung. Ja, ja, zu dem, weil die haben nur eine US-Adresse geliefert und ich bin halt dann, habe mir damals einen ökologisch sehr verwerflichen Wagen gemietet und bin dann ökologisch sehr verwerflich. Haben halt was gegessen und getrunken und ich habe die Figur dann mitgenommen. Aber es ist schön, wenn man dann bekannt hat, die auch so Späßchen mitmachen. Genau. Ja, also sehr spannend diese Lichter. Ja, es ist besonders für den Winter. Ich überlege die ganze Zeit schon. Es gibt ja auch bei uns. Aber es geht vom Preis, ne? Also du hast die ja gerade zu klein. Ja, die sind nicht dieselben tatsächlich. Das sind nicht dieselben. Okay. Das sind nicht dieselben. Die versprechen auch nicht dasselbe. Haben eine andere Leistungsaufnahme. Also es ist mal fast die Hälfte nur wie die japanischen. Also da muss schon auch irgendwie mehr drin sein. Sie haben weniger Lichtstrom. Sie haben weniger Leistungsaufnahme. Man kann sie nicht verstellen. Sie sind nur einfarbig sozusagen. Du kannst sie nicht zwischen Tag und Tageszeiten verstellen. Also es sieht halt nach Kunstlicht aus. Das merkst du echt. Genau. Auf den Fotos. Man sieht es auf den Fotos, dass es sehr nach Kunstlicht aussieht. Und das Versprechen von den neuen Panels jetzt hier ist tatsächlich, dass es genau nicht nach Kunstlicht aussieht, sondern dass da Vollgas gemacht wird. Ich will mal versuchen demnächst, ob ich mit den beiden Lichtern, die ich hier habe, also die beiden Lampen, ob ich damit so eine von der Farbenwerbe, von der Farbwärme, oder wie heißt das? Doch Wärme, ne? Naja, also für dich als... Dass ich den Farbton von der normalen Sonnenstrahlung halt hinbekomme. Ich suche schon die ganze Zeit hier auf dem Ding den CRI davon, weil das ist ja das, was man bei LEDs oder bei solchen Leuchtstoffröhren, Lampen generell annimmt, den Color, bekomme ich gerade die Farbtemperatur. Ja, die Farbtemperatur ist erstmal nur wie die leuchtet, das heißt, doch soweit ich verstehe nicht, also Farbtemperatur ist ja, genau, Farbwiedergabeindex ist die richtige, die wichtige Zahl. Das heißt, wie viel Spektrum ist drin im Licht? Okay. Oder besteht dein Spektrum nur aus der einen Farbtemperatur, also nur aus der einen... Mir fällt noch was ein. Es fehlt nämlich noch was an meinem Schreibtisch und zwar eine... Also ich brauche noch mal so eine Schreibtisch- Lampen-Halterung und da kommt dann... Es gibt ja inzwischen LED-UV-Lampen, also Schwarzlicht-Lampen. Das gab es ja früher, wer das noch kennt, als Neonröhren und das gibt es inzwischen als LED. Kostet so 10 Euro ungefähr. Auf jeden Fall kommt da noch eine an den Schreibtisch. Oh Gott. Pass auf, ich habe die Traverse in weiß gestrichen mit diesen farbigen Akzenten, ja. Und das ist, ähm, also echte Sprüher, also Graffiti-Farbe habe ich mir da gegönnt, qualitativ hochwertige Farbe und diese Akzente sind ja mit einer UV-Farbe gesprüht. Das heißt, mit UV-Licht leuchten die auch ohne meine RGB-Beleuchtung. In welcher Farbe leuchten sie dann? Rosa und Lila, das sind so viele, die Farbenlicht haben. Ja, er kennt es inzwischen in den 80er-Jahren. Ja, ja, deswegen will ich es ja sehen, das muss in Blogartikel immer machen, wenn du es zur Zeit hast. Aber es tut es nicht in den Augen weh, mir tut dieses Schwarzlicht immer so unfassbar in den Augen weh. Jetzt warst du gerade kurz weg. Ja, dein Internet war kurz weg, oder? Mein Internet. Oder dein Internet, mein Internet, ist ja egal. Das Schwarzlicht, das tut mir immer in den Augen weh. Ich weiß es gar nicht. Ich war seit meiner Jugend nirgends mehr, wo es Schwarzlicht gibt. Okay, dann solltest du das vielleicht ausprobieren, bevor du das dann dahin hängst. Naja, aber auch da, ich würde mich da nicht direkt bestrahlen lassen, das ist also eher indirekt. Aber das brauchst du auch ein bisschen für das natürliche Licht, dass ein bisschen UV drin ist. Mal gucken, was wir da hinbekommen. Also das ist ja noch Work in Progress. Ich bin dabei. Den Blog-Eintrag gibt es noch, ich wurde ja die Tage auch mal wieder gefragt danach. Fotos habe ich inzwischen alle mal so rausgekramt. Bin nochmal am Schreibtisch aufräumen, dass wir da ein Bild machen und dann gibt es da den Eintrag. Genau. Vor dem Umzug musst du noch machen, damit du vorher, vorher, nachher hast. Ja, ja, vor dem Umzug, das dauert ja noch eine Weile und da machen wir auf jeden Fall das Bild. Also CRI, Farbwiedergabe-Index ist das Schlüsselwort bei LEDs. Was ist denn da, muss der ja möglichst nahe an 1 sein oder an 0? An 100. An 100, okay. Also 1,0. Ich glaube, das ist Index, also Sonnenlicht ist 100 und dann hast du so LED bis 98 aktuell. So das Höchste, was es so an künstlichem Licht gibt. Naja. Ich bekomme hier gerade einen super Hinweis. Also ich soll aufpassen, dass ich nicht so viel bastle, sonst kommt am Ende noch ein Produkt raus. Warum nicht, ne? So ein cooler Schreibtisch, den du dann nachher verkaufen kannst, ne? Naja, da ist jetzt nichts Schlechtes da dran, dass du, wenn da was mit Hand und Fuß, mit Funktionen und mit Verkaufstärken. Aber ich könnte natürlich mit diesen ganzen Informationen könnte ich natürlich ein Forschungsprojekt beantragen, wo man dann so, also richtig was, ergonomisch cooles, auch von den Lichtgeschichten und so, den IT-Schreibtisch der Zukunft entwickeln. Das ist vielleicht eine richtig, richtig, richtig Idee. Ja, den kaufe ich mir. Brauche ich noch. Ja. Ich habe hier nur noch ganz alt. Ich habe meinen Schreibtisch ganz furchtbar verkratzt jetzt vor kurzem, als ich versucht habe, meinen Fernseher zu reparieren. Ja, da hat so eine blöde Schraube rausgeguckt und ich habe den über den ganzen Schreibtisch einmal rübergezogen. Oh, okay. Ganz schlecht, ganz schlecht. Deswegen immer was drunterlegen, immer so einen Teppich drunterlegen, also eine Decke drunterlegen. Es war eine Decke drunter. Es war eine sehr lange Schraube. Nein, eine dickere Decke drunterlegen. Ja, okay. War nicht so gut. Aber, also wenn es jetzt diese Panels gibt, ich denke mal, da kommen irgendwann auch vielleicht auch so kleinere Dinge raus, die man sich vielleicht an den Schreibtisch schrauben kann. Ja, ich denke, dass speziell solche kleinen Sachen, solche kleinen Lösungen, die es jetzt häufiger geben müssen, wenn mehr Leute von zu Hause arbeiten, wenn mehr Leute von zu Hause arbeiten, feststellen, dass sie im Keller sitzen, möglicherweise. Ja, ja. Und im Keller ist wenig Licht und schon gar kein Tageslicht. Und ich glaube, das ist schon nicht ganz unpraktisch. Also selbst auf, ich erinnere mich noch an meinen Schreibtisch, in der fernen Vergangenheit erinnere ich mich noch an meinen Schreibtisch in der Firma. Und dort, da ist tatsächlich so ein Tageslichtstehlampe daneben. Und das ist super angenehm. Also selbst wenn du früh so um sieben da reinkommst, da hast du gerade so Sonnenaufgang durch und es ist so Tageslicht noch nicht voll da, keine Sonne oder so, vielleicht ist auch Winter, dann hast du dann diese Stehlampe und stellst dir auf elf. Das ist echt gut. Also das ist wirklich zum Arbeiten echt super, von oben so ein bisschen Licht. Also jedenfalls geht es mir so. Auch wenn ich nicht auf die Tastatur gucke, ist ja nichts draufgeschrieben. Wenn wir noch länger im Keller arbeiten, wir malen hier apokalyptische Horrorszenarien an die Wand. Wieso? Ich finde das, ich kann nichts Schlechtes finden aktuell. Also wer sind denn da? Einer der wenigen wahrscheinlich, die das jetzt tatsächlich genießen. Ich finde, ich fühle mich produktiver, ich fühle mich weniger Zeit verschwendet. Also weil die Fahrten und allein die Energie, die dabei drauf geht, da hin und her zu fahren, völlig, also macht ja keinen weiteren Sinn. Also wir hatten ja schon drüber gesprochen, mir fehlt ein bisschen die Zeit in der Straßenbahn, weil ich da normalerweise E-Mails beantwortet hatte. Also dann war ich eigentlich im Büro und dort an der Hochschule und hat dann eigentlich die Mails beantwortet. Und das war dann nicht ganz relaxed den Rest vom Tag. Und das fehlt tatsächlich ein bisschen oder mal was lesen oder Podcast hören. Das sind so die Dinge, die halt beim Pendeln angefallen sind. Das fehlt jetzt aktuell ein bisschen, aber ansonsten, naja. Aber das ist nur eine Organisationsfrage, oder? Ja, ja. Und dann halt, was wir öfter schon haben, die Studenten halt treffen. Also ich bin ja immer noch der Meinung, alles remote, klappt halt nur bei einem kleinen Teil der Lernenden. Ja, aber genau, das wollte ich auch noch gerade sagen. Also bei meiner ganzen Euphorie für das ganze Thema, ich vermisse tatsächlich Kollegen. Also dass ich sagen würde, man ist bei manchen Dingen in der Diskussion doch schon irgendwie schneller und einfacher, als wenn man das jetzt über so eine Videokonferenz macht. Und ich habe jetzt mehrere Fälle gehabt, wo ich mir selber gesagt habe, jetzt hast du drei Meetings mit dem gehabt, um das zu erreichen, was du mit ein einziges Mal mit dem so treffen gemacht hast, weil am Anfang das falsch verstanden, dann geht es in die komplett falsche Richtung, dann musst du es wieder einfangen und dann irgendwann hast du einen Konsens erreicht. Und das wäre in einem persönlichen Meeting auch möglich gewesen oder eher möglich gewesen. Also ich glaube, man muss sich schon ganz gut kennen, dass sowas remote gut funktioniert. Genau. Ja, aber die Lichter behalten wir oder die Lampen behalten wir mal da im Auge. Also das klingt ja vielversprechend. So, und so, jetzt hast du vorhin schon erwähnt, wenn wir über den RGB gesprochen haben, du hast es im Automaten nicht verbaut. Und ich habe ja die Fotos schon gesehen von deinem Arcade-Automaten. Der sieht phänomenal aus. Und ich, genau, hast du ja schon Blogartikel Genau, Blogartikel habe ich letztes Wochenende geschrieben. Und dafür, dass du sagst, handwerklich bist du nicht so begabt, kommt der richtig gut raus. Also ich habe auch gesehen, das sind so Kanten umleimend irgendwie, so alles Mögliche und die Folie drauf. Gib es doch zu, die Folie hat deine Frau draufgeklebt, oder? Oder hast du es selber gemacht? Gemeinschaftlich. Tatsächlich, die ganzen Feinarbeiten, das bin ich komplett ungeeignet für. Wir kommen Grobmotoriker mit viel zu wenig Geduld, um so ein Feinarbeitszeug da zu machen. Ja, ja. Da muss man ja wahrscheinlich so jede Luftblase rausdrücken. Gar keine Luftblasen. Gar keine Luftblasen notwendig gewesen. Also das, nee, also ich muss tatsächlich sagen, dass die Idee hat sich komisch angehört und als wir es dann gemacht haben, wir haben so einen Testlauf gemacht, aber eins nach dem anderen. Ja, ja, erzähl mal, genau. Genau, also wir packen auch den Link zu dem Blogartikel mit in die Beschreibung und dann haben wir, dann kann man dann da uns folgen beziehungsweise dann auch auf dem Video das sehen. Also grundsätzlich ist es, ich, als Jugendlicher habe ich auch solche, war ich Besucher von solchen, solchen Computerspielhallen, wo halt solche Automaten drin gestanden sind, da hast du irgendwie eine Marke reingeschmissen und hast dann dafür einmal spielen können, hast einen Credit gehabt und konntest dann halt spielen und dann, wenn du gestorben warst oder das Spiel zu Ende war, dann musst du wieder Geld reinwerfen, dann ging es weiter. So. Teure Dinge, gab es ganz spezielle Spiele, die gab es nirgendwo sonst, dann gab es dann irgendwann Spielkonsolen. NES und, weiß ich nicht, was kommt dann, Super NES, Playstation, Xbox, das Zeug. Aber das ist nicht dasselbe. Die Spiele sind einfach andere. Sowohl, also schon beim NES, Super NES, die Spiele sind einfach was anderes, wie was auf diesen Automaten lief. Die Automaten, die waren immer irgendwie, die haben sich irgendwie besser gespielt, die sahen besser aus, das war aufwendiger, irgendwie, irgendwas war da dabei. Kein Wunder, wenn man sich nämlich mit diesem Automaten-Thema ein bisschen beschäftigt, da ist ja nicht so, also da gibt es zwar so Plattformen, so Standard-Plattformen, die so ein bisschen wie so Konsolen funktionieren, wo du quasi nur das Medium austauschst, aber in den meisten Fällen ist es so, dass da echt auch Hardware mit dabei ist pro Spiel. Also jedes Spiel sozusagen seinen spezifischen Chips und Prozessoren und Zusammenschaltungen und ganze Platinen mitbringt. Und da bestehen ältere Spiele dann aus teilweise vier, fünf solchen Platinen, die ineinander gesteckt werden müssen. Und mittlerweile gibt es vieles von diesen Dingen als emulierte Hardware, also quasi Software, die so tut, als wäre sie diese Hardware. Und da ist eines der bekanntesten Module dafür, ist MAME, nennt sich das. M-A-M-E. ist eine Software, die Multi-Arcad, wie heißt das? Ich bring's nicht zusammen, was das ausgeschrieben heißt und das suche ich jetzt auch relativ langsam. Simple Arcad Multifilter. Ja, ja. Multiple Arcad Machine Emulator. Genau. Und das Ding ist einfach so ein Plug-in-System für Systeme, für richtige CPUs, die da simuliert werden, für ROMs, für Grafik, für Chip, für irgendwelche Soundchips, alles Mögliche. Und wenn man dann sozusagen die Speicher von diesen Original-Platinen ausliest und in solche Dateien speichert, dann kann man die dann da mit so einem MAME kann man die gut emulieren, simulieren. Und dann kann man die alten Spiele dann theoretisch oder praktisch auch spielen. Da gibt's auch ein paar freie. Alles ganz super. Und um dieses Ding herum hab ich mir gedacht, wär's doch toll, wenn man dann mal so einen Automaten hätte. Und wenn man da im Internet sucht, findet man das auch, dass es da viele Leute gibt, die sich solche Automaten selber bauen. Da gibt's ja dann die normalen stehenden Automaten, also die bis zum Boden gehen. Und, also die Full-Size-Arcard-Machines. Und dann gibt's dann die Bar-Top-Arcard-Machines. Also die sind quasi unten abgesägt und die kannst du dann üblicherweise, sind die wegen kleiner und die kannst du dann auf eine Bar stellen und kannst dann quasi an der Bar sitzen und dann das Ding spielen. Es kommt mal runter, dass man da mehr sieht. Genau. Und ich bin dann hergegangen und hab das Ding als Bar-Top-Maschine mir ausgedacht, überlegt. Hab das Design auf Basis von einem kleineren, anderen Design angefangen zu malen und mit der Hilfe von meinem Vater, der die komplette Holzarbeiter geleistet hat, haben wir dann quasi um einen Monitor, den ich ausgesucht hab, herum diese Maschine zusammengebaut. Und das, was mit dem Verleimen, was du meinst, ist, im Grunde sind das zwei Seitenteile. Die sind dann halt einfach einmal ausgeschnitten und dann sind solche Leisten da drauf geschraubt und geklebt. Und diese Leisten, die haben Löcher und da fädelst du solche Linsenkopfschrauben durch und die gehen in Gewinde, die in diesen anderen Platten, die da dran geschraubt werden, drin sind. Das heißt, du kannst das auch komplett, so wie es hier liegt, so wie es da ist, in Einzelteilen, einzelne Platten wieder zerlegen und wieder zusammenbauen, ohne dass du auch nur irgendwie irgendein Holz beschädigst oder sonst irgendwas. Das ist voll transportabel, voll zerlegbar. Und so haben wir dann angefangen, das Ding zu bauen und mein Vater hat das tatsächlich, also ich würde sagen, zwei Tage hat er jetzt an dem letzten, zwei Stück gebaut. Tatsächlich von den Dingern. Und an dem, den ich jetzt hier habe, der hat da zwei Tage Holzarbeit gemacht, dann habe ich das Ding abgeholt bei ihm und habe angefangen, Elektronik reinzubauen. Ich habe auch so eine Liste gemacht, was dann da drin ist, also im Grunde ist dann zwei Joysticks, so AK Joysticks, zweimal sechs solche Buttons, vorne dann nochmal fünf Buttons dran, zusätzlich. also Start, Münzeinwurf, Select, Hotkey, dann halt die ganzen normalen Arcade Buttons, die man da so hat, die sechs Stück. Münzeinwurf hast du jetzt dran gebaut, ne? Ich habe keinen Münzeinwurf dran, sondern eine Taste für den Münzeinwurf. Also du kannst, du kannst einfach einen Münzeinwurf oder einen Münzprüfer, die gibt es zu kaufen, kannst du kaufen, die liefern dir ein Signal, das funktioniert ja wie so ein Tastendruck. Ja, kannst du machen, habe ich nicht gemacht, ist Geschmackssache. Ich habe jetzt einen Knopf, wenn du auf den drückst, dann ist eine Münze eingeworfen. Ja, dann Raspberry Pi 4, diesen Monitor, den ich gesagt hatte, so ein 27 Zoll Monitor ist das jetzt in meinem Fall. Raspberry Pi 4, Netzteil, Verstärker, Boxen, die man da einbaut und ein paar Kabel noch zusätzlich. Bei der Gelegenheit habe ich auch gelernt, wie man am billigsten eine Lautstärkeregelung macht für normale Klinkenboxen. Einfach ein Potentiometer dazwischen. Du drehst einfach den Widerstand hoch und dann natürlich so einen Controller für die Joysticks. Ja, das ist alles da eingebaut und dann am Ende ein bisschen Lüftung, die Software RetroPie, also das ist jetzt quasi eine extra Distribution für den Raspberry Pi spezifisch, den kannst du installieren, die kommt dann quasi mit solchen Emulatoren und dann kann man dann solche alten Arcade-Maschinen, Arcade-Automaten dann machen. Tatsächlich gibt es die Spiele selber ziemlich günstig, also nur die Spiele-Platinen selber kannst du einfach kaufen, kannst du bei Ebay einfach eingeben, dann gibt es die Platinen. Kannst du dir die selber dumpen oder eben dann auf die Sachen im Internet zurückgreifen, die das schon mal gemacht haben, wenn du dir die Arbeit nicht machen willst. Genau. Dann habe ich eine Dokumentation geschrieben, wie sich das gehört und das Design gemacht und da hast du jetzt ja gerade eben schon darauf hingewiesen. Das Design ist halt dann komplett in Inkscape einmal gemalt und da gab es erst mehrere Ideen. Ich hätte von so einer Metal Slug, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das ist halt so eine alte Neo-Geo-Spiele-Serie, hätte ich gerne das Design ursprünglich machen wollen. Aber das ist mehr oder weniger so eine Armeemäßige Farbgebung, das heißt, du hast dann immer nur Grün, Braun, Grau, Dunkelgrün so und das sieht halt so in so einer Wohnung echt nicht so schön aus. Worauf meine Frau auf die Idee kam, mach doch, wir mögen doch hier Bubble Bobble als Spiel. Mach doch das Bubble Bobble Design. Dann bin ich los, habe geguckt, was gibt es denn da vom Hersteller Taito, mittlerweile Square Enix. Die haben nie so einen richtigen Automaten gebaut. Die haben nur solche Mini-Automaten gebaut, die so kleine, also wie groß werden die sein? Die sind vielleicht so 30 Zentimeter hoch oder so, also so wirklich winzig. Okay, also keine richtigen. Genau, also wirklich winzige Dinger und nur Einspieler-Automaten und das Design von denen, das so, es sieht aus, wie es aussieht, ja, ist halt blau und gelb und dann habe ich mir überlegt, naja, vielleicht kriegt man ja irgendwie das schöner hin. Habe auch noch ein bisschen im Internet gesucht und noch ein paar andere Details gefunden, andere Leute, die das auch angefangen haben zu designen, aber so richtig habe ich da nichts gefunden, habe dann einfach angefangen zu malen mit dem Rohmaterial, was man so findet von diesen Designs. Habe nur Pixelmaterial gefunden im Internet und weil ich schon wusste, ich brauche das aber in großer Auflösung, weil das ist so, diese Automate ist irgendwie 54 Zentimeter mal 70 als Bodenmaß. Das heißt, du brauchst da schon ein paar Quadratmeter von Material. Ja, ja. Also um genau zu sein, fast fünf Quadratmeter Vinyl. Und, also ich brauche das als Vektor. Also habe ich alles, was ich da so in Pixelart hatte, irgendwie in Vektoren selber gemalt, in Inkscape angeordnet, bin dann auch in tausend Limitierungen von Inkscape gelaufen, weil, nachdem ich das alles schön ansortiert hatte, habe ich mir gedacht, was ist denn das größte, die größte Vinylfolie, die man deutscher Vinylfolienbedrucker herstellen kann und das sind irgendwie fünf Meter mal ein Meter zwanzig. Also habe ich das auf fünf Meter mal ein Meter zwanzig in Inkscape aufgemalt. Das hat erstmal alles super funktioniert, bis zu dem Moment, wo ich das Zeug dann habe, zu dem transportieren wollen. Weil dann hat man das Problem, die nehmen erstmal nicht alle Formate. Vektor Formate als PDF nehmen sie zwar, aber ich habe da Effekte drin benutzt in meiner, in meinem Design, die nicht in PDF supported sind. Also ich habe Transparenzen, ich habe Blurring, hier so unscharf, Effekte und so weiter mit da drin gehabt und das ist schlecht. Welches Format haben sie dann am Ende genommen? TIFF oder PNG, also unkomprimierte Pixel und dann habe ich schon geschluckt, weil ich mir gedacht habe, uh, das wird aber groß. Ja, wurde dann auch groß, weil Inkscape hat sich direkt geweigert, das alles zu exportieren, was größer ist als ein Meter zwanzig mal 80 Zentimeter, also in Echtgröße bei 600 Punkten pro Zoll, also DPI. Und 600 DPI ist genau das, womit die das drucken, in welcher Auflösung die das drucken wollen. Okay. Und jetzt einfach nur mal so zum Verhältnis im Kopf zu merken, 1,20 Meter auf 80 Zentimeter, das sind so viele Pixel, dass am Ende irgendwie so ein Speicher von 4 bis 7 Gigabyte, je nachdem wie viel Farbwechsel und so weiter man, wie gut man es komprimieren kann, 4 bis 7 Gigabyte an Rohmaterial rauskommt in so einem PNG. Dann schickst du wahrscheinlich nicht besser einen USB-Stick hin. Das kann man dann mit dem PNG und den ganzen Encodings, die da drin sind, noch komprimieren, aber du kommst auf stattliche Dateigrößen, die so knapp unter 100 Megabyte liegen und das haben die dann aber gefressen und haben es auch ausbelichtet auf 5 solche 1,20 Meter mal 80 Folien. Vorher habe ich noch so einen Test gemacht und dann kam ein großer Moment, alles ein bisschen größer gemacht, so mit Überständen und so. Das Zeug wird geliefert, ausgelegt und dann habe ich meinen Seitenteil mal draufgelegt und dann aufgeatmet, es passte von den größten Verhältnissen. Und dann haben wir angefangen, wir, er ist in, ich habe mir überlegt, wie es geht und habe angefangen rumzuschneiden und meine Frau hat dann sozusagen mitgeholfen, weil du brauchst vier Hände und hat dann auch den größten Teil der Kanten hat sie dann gemacht, weil das konnte sie tatsächlich, wir haben es probiert, ich habe das nicht hingekriegt, sie hat das echt super hingekriegt, man sieht die Kanten ja hier so ein bisschen. Genau, sind die geklebt oder es gibt ja welche, die bügelt man irgendwie auf? Die sind geklebt, das ist Vinylfolie, die ist auf so einem Träger, Pappträger, Papierträger drauf, so Wachspapierträger und die, das ziehst du ab und dann klebst du es mit so einem, oder reibst du es mit so einem Rakel drauf, streifst es drauf und das klebt bombensicher. Also das ist jetzt direkt auf MDF geklebt. Wir haben, also bis auf den Kanten, wo du quasi selber Material so ein bisschen staust, haben wir keinerlei Probleme mit Luftblasen oder so gehabt. Einfach überhaupt gar kein Problem. Genau, innen, außen beklebt, zusammengebaut. Hat es einen Grund, dass es von eben auch beklebt ist oder ist es, weil man ein Teil, man sieht einen Teil davon. Du siehst einen Teil davon und dann ist es einfacher, die komplette Fläche zu bekleben, weil dann hast du ein Maß, wo es hinpasst. Halt noch Gedanken gemacht, wie machen wir das jetzt mit dem Farbverlauf? Also das ist auf der einen Seite halt der Farbverlauf, unten hell und oben, ja, das komplette Programm. Deswegen sind die auch unterschiedlich farbig. Große Flächen auch beklebt und dann alles zusammengebaut. Und letzter Teil der Aktion war dann sozusagen Plexiglas. Da gibt es hier, da gab es mehrere Möglichkeiten. Plexiglas, ich weiß nicht, wer das schon mal versucht hat. Plexiglas kann man ja schlecht schneiden. Da gibt es auch verschiedene, da habe ich gelernt, verschiedene Sorten Plexiglas. Und am besten lässt man das von Profis machen und am besten benutzen die da Lasercutter dafür. Und das ist, so habe ich das auch machen lassen. Ich habe es tatsächlich dann ausgemessen, auch die Bohrungen ausgemessen für die Controller und habe es hier in Bamberg, in Haltstadt, bei einer Acrylglasvertrieb machen lassen. Und die haben da tatsächlich super Arbeit geleistet, haben direkt mit meinen Maßen das zugeschnitten, die Kanten sozusagen mit dem Laser nochmal abgeglättet, sodass da keine scharfen Kanten dran sind. Ist super Material. Und so habe ich jetzt sozusagen dann auch eine Plexiglasscheibe vorne auf dem Display drauf, das komplett eingefasst ist und auf der Fläche, wo du deine Hände ablegst und vorne, wo du die Klöpfe drauf drückst. Super. Genau. Und das tatsächlich steht jetzt hier so unten, macht einen ordentlichen Krawall, wenn man da mitspielt und dann entdecke ich. Lautstärkeregler kann man regulieren? Ja, natürlich. Das meinte ich ja. Ich habe so einen Potentiometer, man sieht das hier oben, mit so einem Potentiometer habe ich dann neben den Boxen so einen Lautstärkeregler reingebaut und der ist so ein Dual-Potti und da ist einfach der, der ist einfach direkt reingelötet in den normalen Klinken-Audio-Kabel. Und jetzt entdecke ich erstens die alten Spiele wieder, die ich da gespielt habe in dieser Spielhalle plus natürlich das, was man jetzt so noch nie gesehen hat. Also auch besonders die japanischen Spiele und japanische Shoot-Im-Ups und so weiter. Das ist schon echt enorm, was da auch an Grafik gemacht wurde. Also wer, glaube ich, diese Spielhallen-Flair nicht kennt, ich glaube, der versteht fast gar nicht, was das Besondere an den Automaten ist. Ja, das ist schon die Steuerung. Also das ist halt kein Gamepad, ne? Wer sich aber dafür interessiert, zum Beispiel es gibt in Karlsruhe, also bei mir um die Ecke, gibt es zum Beispiel Retro Games e.V. als Vereine und die haben so einen Raum, da haben die, ich weiß nicht, 20, 30 so von Hand restaurierte Automaten stehen, die man da halt spielen kann. Also die machen da irgendwie zwei Mal im Monat, hatten die dann offen für Publikumsverkehr. Ich weiß nicht, wie es aktuell ausschaut. Aber da konnte man sich dann für ein paar Euro einkaufen und dann konnte man da so die Games mal durchspielen und die haben das alles so, da sieht man es, eine Ausstellung, bis mindestens Januar 21 geschlossen. Und die haben da Automaten und dann kann man da abends auch zocken. Die haben wir natürlich alle umgebaut, dass die mit Knöpfen funktionieren. Also man musste kein Geld mehr einwerfen. Und das sind so auch Klassiker, wo du zum Beispiel in deiner Jugend, es war so, wo man klein war, man konnte, manche Sachen durfte man nicht spielen, man durfte da nicht immer rein. Also das war mein Jahrgang. Sie ist ja 87, da war ich ja gerade mal so 11. Ja, man durfte nicht rein, das hatte immer was damit zu tun, dass ja im Grunde in diesen Spielhallen immer dann auch Glücksspiel war. Da waren dann nicht nur Flipper-Automaten und nicht nur solche Spielautomaten, sondern da waren dann auch gleich solche, weiß ich nicht, Glücksspiele oder halt auch Shooter, die von der Altersfreigabe nicht geeignet waren. Und sobald halt so ein Shooter drin stand, glaube ich, konntest du da nicht rein. Ja, Kinder spielen heute Fortnite und wie das Zeug alles heißt, ganz ehrlich, was wir allen Shootern verboten bekommen haben, da lacht heute jeder drüber. Heute ist natürlich alles ein bisschen anders. Scheinbar, ja. Genau. Auf jeden Fall das Ding halt zusammengebaut und da drinnen zum Beispiel, also weil da ja auch ein normaler Raspberry Pi mit Linux oder so draufläuft, da habe ich auch zum Beispiel Resilio mit drauf. Und zwar für die Screenshots. Du kannst jederzeit mit einem Tastendruck einen Screenshot vom Build machen und für die Safe Games und die werden automatisch dann sofort gesynkt. Und also mehrere Installationen haben, ich habe ja gesagt, ich habe zwei davon gebaut und ausgestattet und die sind beide so, dass man die miteinander verbinden kann. Einen bekommt mein Bruder tatsächlich von dem Ding und weil das jeweils zwei Spielergeräte sind, können die auch, kann man vier Spieler Spiele gemeinsam spielen. Okay, ja, ja. Und genau, und das ist dann auch die Idee dahinter, dass man das dann tatsächlich auch mal zusammentut. Okay, sehr schön. Jetzt Bubble Bobble nicht, aber gibt es ja noch andere Spiele, irgendwie Simpsons oder so, die kann man vier Spieler spielen. Sehr schön. Also quasi das Geschenk für alle, die schon alles haben, oder? Ja, weiß ich nicht. Also der Bausatz für den nächsten Lockdown. Also jetzt schon die Sachen bestellen und im Winter könnt ihr das bauen. Ja, also tatsächlich Bauzeit, zwei Tage für die, zwei Tage für die, für die Holzarbeiten, nachdem man wusste, wie man es machen muss. Dann vielleicht nochmal eine Woche zusammenbauen und bekleben und nochmal eine Woche für Design und Planung. Also zweieinhalb Wochen. So würde ich sagen. Ja, ich glaube, das Hauptding ist tatsächlich nicht, also erstens nicht die Kosten und das kostet zwar ein bisschen was, aber auch nicht, was man schon alles hat, sondern ich glaube eher der Platz. Also weil, du kannst ja auch kleiner bauen, aber das Ding ist ja schon relativ groß. Ja, da stellst du ja vielleicht eins irgendwo in die Wohnung oder ins Haus rein. Hast du irgendwo Blogartikel beschrieben, wo man die Spiele bekommt? Also die? Die Spiele? Also wenn du RetroArch oder das RetroPay installierst, dann sind tatsächlich Spiele dabei, auch Feuerspiele? Da sind die dabei, okay. Also nein, die sind jetzt nicht in der Distribution dabei, also jetzt Bubble Bobble nicht zum Beispiel, aber tatsächlich gibt es ja so Bootlegs oder selbstprogrammierte Sachen. Es kommen ja auch immer noch Spiele raus heutzutage für die Konsolen. Die kann man dann da laufen lassen und die kann man sich da entweder selber drauf kopieren. Das heißt, tatsächlich gibt es bei RetroPay eine Anleitung, wie man dann die Sachen RetroPay.co.uk sind Engländer. Wer weiß wie lange. Auch jetzt, noch vor dem Dezember bauen, das ist eine englische Webseite, wer weiß, ob es die noch gibt im Dezember, wenn die Insel untergeht. Archive.org, kein Thema. Ja, aber RetroArch gibt es auch für den PC, die Software, die da sozusagen drin verbaut ist, wo die ganzen Emulatoren sozusagen drin aufgehen mit einem ordentlichen User Interface, läuft auch auf dem Windows-Rechner und dann kann man sich tatsächlich dort auch die Open-Source-Version von den Spielen und so weiter auch runterladen und benutzen. Also man muss nicht irgendwas herkopieren oder sonst irgendwie illegal sich zugänglich machen, sondern es gibt dann eine unglaubliche Menge an Spielen, die auf dem Ding laufen, die einfach komplett frei sind und auch von anderen sozusagen Hobbyisten zusammengebaut wurden. Die sind auch tatsächlich wirklich gut. Sehr, sehr schön. Cool, also der läuft. Was ist dein nächstes Projekt? Also was hast du jetzt geplant? Du hast ja fertig in Wichtigkeit. Also die Tastatur habe ich jetzt überlegt, ob ich die demnächst mal weiterbaue, zusammenstecke, aber dann muss ich die Teile erst noch sinnvollerweise finden. Okay. Ich habe, unten steht was, also ich habe jetzt ein Projekt auch für den Stream jetzt noch während der Semesterferien geplant. Ein bisschen Spaß muss ja sein und die Tage, ich mache mal gerade ein neues Tab auf. Ich möchte gucken, ob ich das auf Anhieb finde. Oder habe ich mich da vertippt jetzt? Mal schauen. Es gibt, wir hatten es ja vorhin erwähnt, ich bin ja so ein generdeter Star Wars Fan und es gibt ein Lego Set mit einem R2D2, einem Maustroiden und mit noch irgendwas anderem. Ich gucke mal, ob ich da irgendeines gerade kriege ich das angeklickt. Ja, irgendwie sind Performance Probleme gerade auf dem Ding. Da muss ich mal gucken, das ist jetzt neu installiert. Genau, aber da ist wohl eine Software dabei und auch irgendwie ein Motor, also du kannst die wohl steuern. Keine Ahnung, wie das geht. und das steht jetzt unten im Flur und das wollte ich mal im nächsten oder übernächsten Stream zusammenbasteln. Da habe ich gesagt, machen wir live. Und da wollte ich mal gucken, ob man das anprogrammieren kann, weil du weißt es ja vielleicht noch, die, wie ich auch zu Microsoft gekommen bin, war damals über die Robotik-Schiene und wir hatten damals ja eine eigene Firmware für diesen gelben Lego Brick, diesen RC1, glaube ich, war das damals, also diesen allerersten anprogrammierbaren. Mutter, ich hatte das letzte Mal auch erzählt, wo ich damals auch nachts angerufen wurde, weil dieses Ding vom Büro von Bill Gates geflasht werden sollte, nochmal kompilieren und so und das ist jetzt irgendwas Neues und ich wollte mal gucken, ob das geht. Falls nicht, es gibt was anderes, es nennt sich Smart Bricks, das ist wohl auch so eine Steuerung, die irgendwie geht. da wollte ich mal ein paar Sachen durchprogrammieren und durchprobieren, wie man die, wie man so ein Modell einfach mal anprogrammiert bekommt. Da hatte ich wieder Lust da drauf und die sind jetzt nicht so groß, da dachte ich, kann ich auch mal mit dem Nachwuchs bauen und fahren lassen. Siehst du, das ist von den Bauteilen hier, also es ist jetzt nicht so gigantisch, was man da baut. Hat immer noch einen stattlichen Preis, also ich glaube 200 Euro UVP, ich konnte es nennen es so für 120 glaube ich, oder 130 haben wir das im Angebot bekommen und dann dachte ich, komm, das machen wir mal im Stream. Ist dann bestimmt eine lustige Geschichte. Das ist übrigens auch, was habe ich jetzt die Tage gerade gesehen, was du gerade aufmachst, hier Lego, Ikea, Big Leos, irgendwas Neues sei denn, von Lego. Ja, die stellen Kisten her in Zusammenarbeit mit Ikea, weil du gerade Lego gesagt hast, ist mir das jetzt direkt eingefallen. Ich hatte es heute Morgen in der Anzeige gesehen, wusste aber noch nicht, was es ist, die Kisten sind das dann, okay. Bin ich mal gespannt, ob die taugen, die Kisten. So, da machst du jetzt Roboter? Genau, da bauen wir in den nächsten ein, zwei Wochen mal montags wahrscheinlich die Roboter zusammen. Das ist allen, die da interessiert sind, können ja dann mal zugucken und dann werde ich auch mal im nächsten Podcast darüber berichten, ob ich denn schon rausgefunden habe, wie man die anprogrammieren kann, weil mir geht es da genau darum, wie komme ich eigentlich an die, an die Hardware an irgendwie anzuprogrammieren. Und was machen die dann? Ich habe immer das Problem bei den Robotern, okay, dann habe ich dann so einen Roboter, der läuft dann nach vorne und nach hinten, da kann ich auch Fernsteuer das Auto, also kann ich auch meine Drohne programmieren, die kann auch fliegen. Leuten gegen den Kopf und so. Erstmal machen die nichts, das ist klar. Das Spannende ist ja dann eigentlich eher so ein Anwendungszenario zu finden, was können die machen. Keine Ahnung, ich weiß auch bis heute nicht, was der Maustroide, also der Schwarze auf der linken Seite, was du da siehst, was der in Star Wars macht, außer dass er überall rumfährt und von Wookies die Gänge rumfährt. Genau, wollte gerade sagen, der fährt in den Gängen rum. Aber, du weißt, du denkst mal weiter, wenn der ordentlich fährt und dann baust du dem so eine Kamera unten drunter, da kann der Sachen suchen, ja, oder Dreck suchen oder was weiß ich. Der ist 20 Zentimeter. Ich denke da momentan immer so an Kind Nummer zwei, was die Schnullis immer eben im Haus verliert. Wäre doch mal super, wenn ich so einen Roboter hätte, der Schnullis sucht, ne. Ist das Ding hier wirklich 20 Zentimeter hoch? Weil es gibt Projekte. Ich weiß nicht, ich werde es ja nächste Woche sagen, also ich kann mir das nicht vorstellen, weil die Bau, von dem Bauteil hier, müsste ein bisschen kleiner sein, also ich hätte jetzt momentan so auf zehn, obwohl vielleicht, wenn der steht. Hier steht 20, hier steht 20 Zentimeter, sieben Zoll. Ja, kann sein, dass der doch an die 20 Zentimeter Projektor reinbauen und nach Obi-Wan Kenobi suchen. Ja, also, weil sie irgendwie so einen Blödsinn erstmal anprogrammieren, zusammenbauen, gucken, was die eigentlich können. Man weiß es ja immer erst, wenn man die in der Hand hatte. Und ich glaube, Ideen kommen dann, sobald das mal gebaut ist. Ich habe halt jetzt was gebraucht, was man so einen ein, zwei Vormittag machen kann. Weil, wie gesagt, aktuell geht ja die meiste Zeit dann doch für Vorlesen, Vorbereiten drauf. Aber manchmal musst du halt was anderes machen. Ich muss gerade über die URL lachen. LSD-Chance-Producttitel nachgereicht. Ja, sehr gut. Das ist ja, das ist, weil die Daten wahrscheinlich importiert werden vom Lieferanten. Mal schauen. Das ist super schön, Optimierung. Was immer viel, es ist wichtig, dass du stabile Adressen hast für Produkte. Dann ranken die höher und deswegen erfinden die einfach welche und ändern die nie wieder. Und jetzt ist das hier, das war garantiert für ein komplett anderes Lego-Produkt. Ja, ja. Also pass mal auf, weil wir gerade im, achte meine Güte, weil wir gerade im Gegenende vom Podcast, denn jetzt kriegen wir gerade ein Rate auf meinem Twitch-Kanal von der Nida. Die kommt ja gerade mit 328 Leuten. 328, hallo. 328 Leute rein, genau. Da sage ich erst mal hallo für alle, die da gerade dazukommen. Also ich bekomme es noch nicht angezeigt, dass die da sind, aber ich vermute mal, ihr seht und hört das schon. Ich nehme hier gerade mit meinem langjährigen bekannten und guten Freund dem Dandien-Kirstenfahrt in unserem Podcast auf. Das ist Episode 25, die wir heute aufnehmen und sind schon fast am Ende. Das heißt, die Nina rätet da gerade zu einem sehr lustigen Zeitpunkt rein. Aber das macht ja nichts. Man kann ja Interesse wecken. Also heute ging es um Keyboard. Genau. Heute ging es um Keyboard, ein bisschen selbstgebastelte Sachen. Also es passt eigentlich von den Sachen, die Nina macht. Also die baut ja auch Roboter. Und jetzt hat es gerade, wir hatten einmal durchgesprochen, der Daniel hat es mit einem Arcade-Automaten nochmal gebaut. Und ich weiß nicht, ob das nachher überhaupt den Podcast in der Aufnahme drin lässt. Und was wir heute gemacht haben, ist endlich mal mit ordentlicher Qualität den Podcast live aufgenommen. Und also im Prinzip streamen wir den aus der oder ich gerade von der Podcast-Aufnahme-Software mit ein paar Stotterern direkt in das Twitch rein. Und alle, die da Interesse hatten, konnten da quasi jetzt ein bisschen zugucken, zuhören, müssen sich nachher den Podcast nicht mehr antun. Genau. Ansonsten gibt es die Folge wahrscheinlich so gegen Wochenende. Was ja morgen irgendwann beginnt. Morgen, genau. Also wird ein bisschen geschnitten, gerendert. Und ich packe das dann auf unsere Webseite. Und da könnt ihr den auch nahträglich anhören. Und auf YouTube landet der in der Regel dann auch. Genau. Und ansonsten, ja, Daniel heckt halt relativ viele Sachen rum. Und, also alle, die mich da noch nicht kennen, also ich bin Professor an der Hochschule in Heilbronn und habe eigentlich seit dem laufenden Semester im Rahmen von einem kleinen Projekt oder vergangenes Sommersemester alle meine Vorlesungen über Twitch gestreamt, damit meine Studenten was lernen können. Weil es war ja quasi nicht erlaubt, in den Hörsaal zu gehen. Und der Podcast hat ein bisschen drunter gelitten und darunter, dass die Kindergärten geschlossen wurden. Aber wir sind mehr oder weniger am Ball geblieben. So ist es. Genau. Das heißt, wir haben, also da nochmal Hallo an alle und genau, also von den Themen her sind wir eigentlich durch. Was haben wir denn noch, Daniel? Server ist umgezogen, das Buch wurde interviewt, wurde es veröffentlicht, werde ich mir noch bestellen. Es gibt einen Ausblick, was war das nächste Mal definitiv, also ich weiß nicht, ob es schon Ergebnisse gibt das nächste Mal. Wir hatten ja, in der Folge 24 hatten wir ja den Film Philipp mit dabei und der hatte die Tage gefragt, ob jemand ihm ganz viele Raspberry Pies schenken kann oder geben kann oder leihen kann. Ja, genau. Und dann habe ich gefragt, habe ich ihn gefragt, wofür braucht er die denn? Und dann meinte er so, er will das Arpanet nachbauen. Er will einfach mal so, und wer das nicht kennt, Arpanet ist sozusagen der Ur-Ur-Vater des Internet. Also das, was sozusagen war, aus dem das Internet entstanden ist und das bestand aus einer recht überschaubaren Anzahl von Knoten, von Rechnern, Recheneinheiten und Systemen. Und tatsächlich möchte er genau das, was ich jetzt auf dem Bildschirm geholt habe, dieses Arpanet von 1973, möchte er nachbauen, so wie ich das richtig verstanden habe. Und da braucht man gar nicht so ein riesen Raspberry Pi Zeug für. Das geht auch mit kleineren Dingen und da habe ich... Also er hatte ja vor, quasi für jeden Rechner, den es damals gab, ein Raspberry hinzustellen, mit der entsprechenden Software etc. Genau. Und du hattest dann die Idee dafür, ein ESP zu nehmen. Genau, das gibt ja so Mikrocontroller, ESP32 jetzt in dem Fall habe ich empfohlen. Und diese ESP32, die sind eigentlich von der Kraft, also von der Leistungsfähigkeit her, ziemlich nah dran an dem, was man damals gehabt hat. Wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Und preislich sitzt sie definitiv in einem sehr attraktiven Feld. Also preislich bedeutet das irgendwie so zwischen drei bis fünf Euro für ein komplettes Gerät, das man frei programmieren kann. Ich habe, also frei habe ich schon hier rumliegen. Und ich fand die Idee super, weil ich habe zwei Vorlesungen, wo ich das Bildchen immer drin habe. Wo ich zeige, guck mal, also wenn ihr euch heute überlegt, also die meisten sind ja geboren, die ich inzwischen unterrichte, die kennen die Welt nur mit Internet. Die kennen das gar nicht ohne. Also nicht wie wir früher, also nur ein Rechner oder eben Rechner und, ich weiß noch, 14 Vierer-Modems mit dem Dülülü-Pfeifen, wo man sich irgendwo einwählt. Und Mailboxen hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, sondern tatsächlich, die kennen das nur online und etc. Und dann zeige ich denen immer mal gerne, wie hat das eigentlich angefangen, wie hat das ARPANET damals ausgesehen und lege eigentlich dieses bisschen noch ein anderes Bildchen gerne auf und erzähle da was dazu. Und ich fand die Idee dann super, sowas nachzubauen, weil das passt super auch in eine Vorlesung rein, wo man das auch vielleicht mal wirklich nachbauen kann oder zeigen kann. Und genau, er hat gestern getwittert, er hat glaube ich schon etwas. Genau, zwei Stück hat er, einmal die UCLA und Stanford. Also er baut sozusagen scheinbar, also wenn man jetzt hier guckt, da sieht man ja auch die einzelnen Systemknoten und dann haben wir hier drüben Stanford und hier die UCLA und ich nehme mal an, dass die beiden Raspberry Pis, die wir da gerade gesehen haben, diese beiden, den Input, die PDB10 und den Impier und die 360, die IBM Series 360 hier ersetzen oder simulieren wollen. Ich bin mal gespannt, wie er das macht und wie er das umgesetzt kriegt. Im Grunde wird es, denke ich, ein interessanter Ansatz. Genau. Und dann hat er hier schon gemalt, aber nett gemalt. Man darf gespannt sein, wie er das umsetzt. Ja. Ich bin mal gespannt, ob er es so dokumentiert, dass man es vielleicht nachbauen kann, also gerade für so eine Vorlesung. Ja. Also das ist das, was die Antwort auf deine Frage, was es denn dann noch geben können wird. Ich glaube, das sollten wir im Auge behalten. Genau, da kommt auch gerade noch so ein Kommentar, PDP10 hat ganz schön viel Strom und Platz verbraucht. Ja. Ist natürlich heute alles ein bisschen kleiner. Aber wir haben uns überlegt, von der Rechenleistung wie ist es nicht mehr. Ist eigentlich eine spannende Geschichte. Genau. So, also damit haben wir eigentlich die Themen, die wir für heute geplant hatten. Genau. Da sind wir so weit durch. Ich würde sagen, ja, verabschieden wir uns so langsam. Genau, was den Podcast angeht, bedanken wir uns für alle, die das heute zugehört haben, die heute zugehört haben. Ja. Und ja, bleibt dran und wir schauen mal, was wir dann das nächste Mal von den aktuellen Projekten berichten. Daniel, in dem Sinne, vielen Dank für die heutige Aufnahme. Vielen Dank auch fürs Kommen, fürs knackfreie Aufnehmen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Ciao. Af szybhong. Tschüss. Tschüss. Es wird ein bombreneschrei .